Dieser Beitrag entstand dank eurer Unterstützung auf Patreon und Steady. Schönen guten Tag und herzlich willkommen, beide Zuschauer, hier auf rpghaven.de zu Gregors Gaming Gyros mit, uff, jetzt muss ich mal gucken, dass ich mich nicht verlese, Jurokill, The Calumniation Games Demo. Ja, es ist die Demo, das Spiel, wenn ihr es direkt zum Upload euch hier anguckt oder das Video hier dazu, wird in knapp einem Monat rauskommen, ich glaube 7. oder 8. Juli 2022. Und ich bin ganz froh darüber, dass man sich vorab eine Demo hier anschauen kann, erhältlich auf PS4 und PS5 müsste es sein, wobei ich habe mir die PS5 Demo jetzt hier runtergeladen, plus auch auf der Nintendo Switch, wobei ich selbst mittlerweile auch ein bisschen vorsichtig bin, solche Games auf der Switch zu spielen, weil die häufig mit langen Ladezeiten und schlechten technischen Fähigkeiten ausgestattet sind. Eidesomnium, falls, ich gucke dich an. Was das hier ist, sehr interessant, ich habe es vor einiger Zeit quasi im Trailer, glaube ich, mal gesehen, oder zumindest hatte ich darüber gelesen über dieses Spiel. Scheint gerade wirklich aktuell eine ganz gute Zeit zu sein für Murder Mystery Visual Novels, nennen wir es mal so, so ein bisschen im Style von Danganronpa und Zero Escape, wobei das schon ein bisschen was anderes hier ist, was wir gleich hier haben werden. Jetzt mal kurz gucken, Sprache ist auf Deutsch, ne? Ja, das ist vor allem sehr praktisch, brauche ich nicht übersetzen übrigens gleich. Yurukil scheint dazu zu gehören, ja, und in ein paar Wochen, also wenn wir die Demo jetzt hier spielen, ist ja auch gleich die Zeit für den zweiten Teil von Eye of the Somnium Files, worauf ich mich sehr darauf freue, also so ein schöner One-Two-Punch, jetzt hier erstmal im Sommer 2022, das hier scheint Murder Mystery Visual Novel mit Shoot'em Up zu mischen, also Top-Down Shoot'em Up, soweit ich das sehen konnte. Ihr seht hier, es kann sogar einen kompletten Score Attack Mode auswählen. Und wenn ich es richtig mitbekommen habe, also mal gucken, wie diese Mischung überhaupt jetzt hier funktioniert, okay, ja, alright, so sieht das aus, wie diese Mischung hier funktioniert, jetzt, sie soll wohl recht umfangreich sein, ich glaube, man kann sogar den Save in das finale Spiel übernehmen, wenn man den mag, das soll man also wirklich auch mehrere Stunden spielen können, mal gucken, wie viel wir jetzt hier davon machen, aber warum nicht mal so eine Mischung hier anstellen? Also, wir gehen mal auf Main Story, wir starten ein neues Spiel, und hier, okay, anpassende Shoot'em Up-Schwierigkeit, easy für Shoot'em Up-Anfänger, normal für erfahrene Shoot'em Up-Spieler oder hell, nicht dunkel, nein, bullet hell ist damit natürlich gemeint, für fortgeschrittene Shoot'em Up-Spieler, so. Also, ich bin kein, kein absoluter Anfänger, was Shoot'em Ups anfängt, allerdings, meine Skills sind so atrophiert mit den Jahren, dass ich mich genauso gut als absoluten Shoot'em Up-Anfänger bezeichnen könnte, also, aber ich glaube, für die Leute, das werden ja auch Visual Novel-Fans sich holen, die normalerweise Shoot'em Ups nicht spielen, ja, und die wollen ja auch gerne ohne komplett motorische Fähigkeiten durch so ein Spiel durchkommen, also ist easy wahrscheinlich wirklich richtig easy. Ich würde fast schon auf normal gehen, auch wenn ich es schon ein bisschen bereue, muss ich sagen, ähm, aber ich hoffe, man kann wechseln den Schwierigkeitsgrad danach. Okay, ah, danke. Schwierigkeitsgrad wird auf normal gesetzt, bist du damit einverstanden? Du wirst den, okay. Ich werde ihn nicht mehr auf hell einstellen können, also auf hart hart, aber wahrscheinlich kann ich zwischen easy und normal wechseln, wenn denn nötig. Der erste Slot ist der außer-save-Slot, die übrigens Slots können verwendet werden, um das Spiel manuell zu speichern. Äh, ja. Let's do this, let's do this. Ich bin gespannt. Eignungstest für Sträflinge. Alright. Der Eignungstest ist wohl, wir dürfen schön hier ballern. Okay. Okay, Erläuterung des Kampfbildschirms, Score, Combo-Zeder, Spielregeln, werden nicht getroffen, schießt die anderen ab, okay. Steuerung, X-Hauptattacke, Kreis, Hauptattacke, oh, geladene Schuss, gedrückt, halten auf X, Kreis, Leuchtkanone und Leuchtbombe oben und ansonsten lenken. Okay, das müssen wir alles mal in Ruhe aufsuchen. Sag mal, wie viele Seiten gibt's? Oh, drei von sieben, holy shit. Deine Hauptattacke, Power-Up, okay, wir haben Power-Ups, wir haben den geladenen Schuss, oh Gott, ich höre nicht auf, Angriffsspeicher, äh, Substanzen, Qualität 20, okay, also Smartbombe aufladen, Leuchtkanone, weißt du, die Leuchtkanone sinkt einen Angriffsspeicher, zerstört ihre Projektile, ah, und mit Leuchtkanone kann ich Projektile wegballern, Combo-Zähler, okay, ich bin kein Combo-Shooter-Mapp-Spieler. Kannst du dann abschießen, indem du L1, L2 drückst, äh, mach dich um, oh Gott, Verteidigungsbombe, verfügbar im Easy- und Normal-Modus, ne, ah, oh, wenn dein Angriffsspeicher über 20% ist, aktiviert sich, okay, dann habe ich nochmal so eine Art, äh, Save, ähm, wird automatisch aktiviert, wie so eine Art, Smartbombe nochmal zusätzlich. Wir siegen den Boss mit nur einem Schlag, die EX-Leuchtbombe. 100% phenomenaler Angriffskraft, und ich könnte den Boss sogar damit besiegen. Was sind versteckte Binkos? Ausnahme der Tutorials, besteht jedes Level aus drei Abschnitten, da gibt es ein verstecktes Binko zu finden. Wenn du mit deiner Hauptattacke triffst, wirst du in einem Moment sichtbar, kannst du mit der Leuchtkanone angreifen. Okay, Leuchtkanone, Leuchtkanone, war das L oder R? Da war das, Bosskampfregel, und der Timer, Boss-Timer, lässt sich deine Punktzahl nicht mehr erhören, du solltest auf 8 heben, den Boss. Also das ist für Scores, Shooter-Fans, dann gedacht. Also schlecht sieht das grafisch jetzt hier nicht aus. Ich muss natürlich jetzt im ersten Moment sehr stark an Nier Automata denken. Wenn so ein etwas anders geartetes Game mit einer Shoot-and-Up-Sequenz anfängt. Bei Nier Automata war es ja so, dass es sich aber in Grenzen hielt, sagen wir es mal. Also was klassische Shoot-and-Up-Segmente angeht, waren zwar durchaus vorhanden. Power, gehen wir mal Power. Ui. Uiuiui. Jetzt habe ich... Uiuiui, Uiuiui, mal lacker. Okay, jetzt bereue ich schon, dass da hier auf... Ich bereue ich schon, dass ich es auf Normal gestellt habe, aber viel erklären wird hier wahrscheinlich nicht. Es gab ja bei Nier Automata auch noch mal die Segmente im Computer. Ne? Wo man... äh... hacken musste. Und das Hacken war ja auch... Twin-Stick Shoot-and-Up-Eher auf... Oder eher Twin-Stick, muss man fast sagen. Aber klassische Shoot-and-Up-Segmente gab es natürlich auch primär im Intro. Aber dann doch durchaus später mal aufgesehen. Oh shit, oh shit, oh shit. Okay, wie war das noch mal? Kugeln, absorbieren. Okay, also das machen wir nicht so klug. Wie viel Leben habe ich eigentlich? Und das Power-up. Holy fuck, holy fuck. Ohohohohohohohoho. Knapp geschafft. Ihr habt es geschafft? Scanning is made. Nohohohohohohohohohohohohohoho holy. Kristzenie bevisitj他们. muss nicht übersetzen immerhin deutsche text ist auch nicht standard bei sowas aber ruckelfreie videos sind nicht standard anscheinend ok euro kill ist also der vergnügungskreuzer mit shoot him up das vergnügungspark auch noch fahren wir dahin oder weg ich sehe schon ich werde wahrscheinlich einfach die shoot him up komponente auf easy machen das feuerhaus executioner prisoner ok ok Oder liegt was Süßes. Okay, also ich kann Cursor bewegen. Let's check this. Ja, was machst du denn jetzt? Ach so, ich hab ne Auswahl. Ich dachte schon, warum hat das nen Timer? Das Gitter zerstören. Komm. Ja, okay, ja, äh, laut schreien. Ich muss wohl alles wohl mal machen. Passt nicht durch. Nichts tun. Nichts tun. Aber ich seh schon, du hast äh, schönes Halsband, mein Freund. Wenn das mal nicht explodiert. Wer auch nicht ist, ist klar. Ich hab's nicht nur anrufen. Hey! Wer ist denn da? Ja. Ich hab's nicht mehr so Zeit. Ich weiß nicht, was ich nicht mehr so Zeit richtig denken. Ich habe auch in der Kugel. Ich habe noch ein Einzelbergen. Wo ist der Kugel? Wer ist denn? Ich muss mich darauf auf die Kugel. Wie soll ich das vorher sein? Ich muss mich darauf aufwenden. Ich muss mich darauf aufwenden. Ich muss mich darauf aufwenden. Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin Yamada Futa. Futa. Futa? Futa. Wenn du dich kennst, dann erzählst du. Wo ist das? Wenn du hier bist, dann bist du hier. Etwas, was ist das? Ich habe auch schon erwischt. Ich habe auch schon erwischt. Ich weiß gar nicht. Genau. Und dann, Singoku. Was ist das? Manchmal geht der Autotext nicht weiter. Dann kommt sowas. Okay, dann ist auch okay. Äh, ich... Ich habe es vergessen. Ja, okay. Wenn du dir was, wasst du? Was? Ich habe wahrscheinlich ein Begriff. Du bist auch ein Begriff. Du bist ein Begriff. Ach was? Ich bin... Ich bin... Ich bin... Also ab und zu mal der Auto, ich habe den Auto forward, automatische Wiedergabe für den Text, ab und zu mal hängt der, muss ich dann händisch mit Kreis weitermachen? Also, es gibt auch die Luft, die Luft und die Luft und die Luft. Ich denke, dass es hier ist, aber es ist hier auf der船. Das explodiert. Das ist ein Wettbewerb. Bist du ein Binko? Das Wort Eurokill statt Eurovision. Eurovision Song Contest. Warum macht sie das Wolfpack Zeichen mit den Fingern? Naja. Ja, ihr seid alle zusammen. Yurukil! Oh, Yurukil? Ihr seid alle. Ihr habt alleениchen. Das ist es PROBAB. Bundest متch! Ihr seid alle. Na, ihr seid alle. Ihr seid alle, ihr seid alle. Ihr seid alle. Ihr seid alle. Ihr seid alle? Dann kommt es auf den Kopf. Naja, ihr seid alle. Ich bin von euch für ein Arbeitgeber. Ich bin von euch. Hier ist ein船, oder? Das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Der Flugzeug ist in einem anderen Ort. Der Flugzeug ist weit weg und wird auf der Begegnung. Das ist weit weg. Das ist weit weg. Das ist alles, wenn ihr alle fragt, und ihr fühlt sich an, dass es sich schmerzt wird. Es ist die Yurukil-Land. Yurukil-Land? Es ist schmerzt, 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 es ist schmerzt. Es ist die Yurukil-Land, das ist ein Temapark. Ihr könnt euch alle anstrengen Attrakten. Es ist ein Temapark? Es ist ein Spielplatz, oder? Ich liebe es mit einem Koffer-Kappen. Es tut mir leid, es gibt keine Attrakten. Nur Mord. Guillotine gibt's da. Schafotte. Puhuta, 怒ってるな。 確かにこんな訳のわからないことを突然言われたらしょうがない。 ヤンキーは黙っててください。 信仰の邪魔でーす。 な、に? きゃー!こわーい! アハハハハハ! 最後まで話を聞いたほうが、身のためですよ。 だって、ユルキルランドでは、皆様が喉から手が出るほどに欲しいものが手に入るのですから。 欲しいもの? しょうもねーもんだったら、ただじゃおかねーからな。 はーい! ビンコ、ビンビン、がんばります! さてさて、話を戻します。 何か軽く見ることはしなかったら、今の人がいる場所で、全員が囚人だった。 全員がそれぞれの事件で実刑判決をくらった方々なのです。 見に覚えがあるのね? 違う。 Ich bin... ... in diesem Grunde. Es gibt noch ein anderes Problem. Das ist nun... ... dass ich die Verabschiedung des Schulden verabschiedet habe. Das ist... Ich bin nicht verabschiedet. Ich habe die Verabschiedung des Schulden in der Verabschiedung. Bitte hör auf die Hände und schlussend. Bitte hör mal an. Diese Yurukil-Land wird die Chance für Sie zu verabschieden. Das ist wirklich? Ich bin schon seit Jahren verabschiedet. Lass mich nicht, Herr Schmuck! Ich versuchze! Nein. Ich habe keine Ahnung. Das ist doch nicht so, dass es nicht so gut. Du hast es nicht so gut, Herr Schmuck. Ich glaube, ich habe mich für mich auf die Karte gefühlt. Aber wenn ich mich nicht so gut, ist es vielleicht so schwierig. So wäre mein Verdacht jetzt, dass diese Insel sich auf internationalen Gewässern befindet und dort die klassische Rechtsprechung in den Ländern, wo die Leute verurteilt wurden, wahrscheinlich Japan, würde ich mal sagen jetzt, in Frage gestellt werden kann. Was? 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 Ist das möglich? Ah! Sehn国様! Ist das möglich? Ah, ah, ah! Ah, 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 ah! Ich bin der Fall, dass ich mich so befassen kann. Ich bin der Fall, dass ich mich so wichtig bin. Du bist so wichtig, wenn ich mich so betreffend bin. Ich weiß es, dass ich mich so betreffend bin. Dann kann ich mich so sagen. Also, wenn ich mich so betreffend ein Attraktson kriege, dann kann ich mich so betreffend sein, dass ich mich so betreffend bin. Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft! Ich dachte, ich hätte nicht gedacht, aber ich hätte nicht gedacht, dass ich normalerweise wieder zurückkehse. Aber ich habe gesagt, dass ich, was ich gesagt, dass ich diese Binko gesagt habe... Was ist das, was ich? Okay, wir werden uns wieder zurück. Aber ich kann mich nicht sagen, dass ich mich nicht verletzen. Ich bin nur ein Mann. Ich bin nur ein Mann. Ich bin nur ein Mann. Ein Mann? Ein Mann? Was sind alle? Ja, ja, ja. Ich weiß, dass ich später verstanden habe. Bitte, bitte. Wenn ich mich um... So, all of you are going to be in a variety of attractions in the Yurukil Land. One of them will be able to get rid of the end of the Yurukil Game. Yay! Yurukil Game? But... You can't clear the Yurukil Game. There will be a lot of problems and problems. That's why we will be able to get rid of the Yurukil Game. With Footer? What? We will be able to get rid of the party. We will be able to get rid of the Yurukil Land. Oh, it's time to get rid of it. Let's hurry up. There's a pen and pen in the room. Please do that. The attraction of Yurukil Land is not going anywhere. No one can't be able to get rid of the Yurukil Land. There will be a lot of life. Please feel free. Huh? What? No. 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 Come on. Oh, wait. Do one. No. No. It's not a very bad idea! You're sick from the moon. I'm going to tell you that. I understand if you're going to get rid of the attraction, you can see that. Oh. Mütter! Mörder! Aber ich bin doch unschuldig! Naja. Hast du mir etwa diesen Massenmord angehängt, damit ich hier in deinem Spiel mitmache? Ich habe wirklich nichts gemacht, Mosako. Ich habe mich verletzt, du! Hm? Ich? Ich habe mich nicht verletzt, dass ich mich nicht verletzt habe. Ich habe mich nicht verletzt. Ich habe mich nicht verletzt. Ok? Ich weiß nicht, ob es eine Möglichkeit gibt, ob es eine Möglichkeit gibt, oder ob es eine Möglichkeit gibt? Was? Ich weiß nicht, was ich? Ich weiß nicht, dass Sie bereits eine Entscheidung gestellt haben. Keurig? 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 Wenn Sie die Kleidung haben, dann bitte in den Foto. Das ist okay. Was können Sie jetzt aus? Ich habe nur ein kleines Schaum. Das ist ein kleines Schaum. Ich habe keine興趣, was ich für unsere Menschen bin. Vielleicht hast du nicht so viel zum weitergeben, oder? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich habe auch keine Ahnung. Wenn ich das jetzt schreibe, dann wäre es das. Das ist das. Ich sage Sie, damit ich's habe. Ich bin etwa sąk호�er undrefe. Und ich habe auch keine Ahnung. Ich habe das noch eher machen. Und ich habe auch nicht esseartiges. Ich habe auch nicht alla Zsta will. Ich hätte vielleicht meinen Fota nach oben ver 29와 30 Minuten gehen. Oh mein Gott! Also wer игр Imperial City hieß. Du musst so niedergeschlagen gewesen sein, du musst dein Leben gehasst haben, aber das bedeutet zumindest, dass sich all meine Bemühungen gelohnt haben. Wie auch immer, ich glaube, ich weiß, wie man dich ein wenig auffattern kann, ich bin es gewesen, ich bin der wahre Täter. P.S., du solltest deinen Schlüssel nicht im Briefkasten liegen lassen, das war etwas unvorsichtig von dir. Also ich wurde doch geframed, da war ich schon zehn Jahre im Knast. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Okay, ich habe noch eine Art Schuss, oder? Oh, das ist das Winko, ich habe sehr wichtig, dass ich das Winko nicht vergessen habe. Ich habe einen Ring gehalten, aber ich habe keine Ahnung, das ist das Winko. Fertig? Naao? Eure kill ring to 言います! Eure kill ringには毒針が仕込んであって 正規の手順で解除をしなければ死にます So리ya もう 超絶に苦しんだ挙句にパックリ行きます Eぇ!? 先に言えよ! 俺、さっき かなりいじくったぞ! Oh, oh, ja... H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H? Dann, bitte, auf die Uhr des Entsatzes und veröffentlichen. Die anderen Seite warten meistens bei den Schußen des Partnern. Ah, nicht so aus, sondern es ist so verbreit, es ist egal. Dann... Wir werden wieder zurückkehren. Willkiru! Es geht nicht. Wer ist das? Du bist so lustig. Futa? Ja, was ist das? Wie ist das, Futa? Wie ist das? Wie ist das, Futa? Was ist das? Wir müssen uns nicht nachvollziehen. Es ist sehr schnell. Ich weiß nicht, was du. Ich weiß nicht, was du. Es ist nicht so短. Wenn du, wenn du, wenn du, wenn du, wirst du, wirst du. Wenn du, wie gesagt, wirst du. Ich gehe. Oh nein. Mein guter Freund Futa. Ich gehe. Ich gehe. Ich gehe. Ich gehe. Ich gehe. Wie ist das? Ach, ich gehe. Das ist derart. Ich gehe dir, ich gehe für ein neues Verbot. Ey! Du bist derart! Was ist derart? Was ist das Buchstaben? Warte! Ich habe das Gespräch nicht zu Ende! Scheiße! Ich habe mich nicht verletzt, aber ich habe mich nicht gesehen. Ich mache es! Wenn ich so mache, dann schlauze ich! Ich mache es nicht! Oh, oh, es geht da. Meine Damen. Ihr seid hier alle Mörder. Das ist kein... kein süßes Highschool-Treffen. Alle Mörder, ihr! Ja, gleich am Baggern hier, oder was, ne? Das war ein süßer, aber auf. Gute Zusammenarbeit. Ich glaube, die bringt mich um. Du sahst so unschuldig aus? Nein, aus der Zeitung. Wegen der Massenmorde. Kennst du ihren Namen? Ja, klar. Also bisher wirkt so ein bisschen... abgesehen von der Shoot-em-Up-Nummer, die natürlich nochmal ihr eigenes Ding ist. By the Numbers, wie will man es ausdrücken? So Versatzstücke von anderen Mörder-Mystery. Alle werden nacheinander umgebracht. Visual Novels. Bisschen Squid Game mit dabei. Wobei, das wahrscheinlich nicht so viel Einfluss auf die Entwicklung hatte. Das ist wahrscheinlich schon ein bisschen länger. Aber mal gucken. Es scheint mir eben auf eine Art Investigation hinzugehen. Plus Verhandlungen potenziell mit den Beweisen und gefälschten Beweisen. Bisschen Also, ich denke, ich kann es so fühlen, oder? Also, ich weiß es nur noch. Es ist egal. Ich werde etwas überraschen. Ja, wegen was sitzt du ein? Ich bin 17 Jahre alt. Ich bin 17 Jahre alt. Also klassisch, dass es kein Jugendknast ist. Also es ist mindestens 28. Und er gräbt jetzt hier die 17-Jährige an. Oh, sie hat kein Halsband. Oh, vielleicht doch. Das ist ein Fragen. Ich weiß nicht, ob sie sich in der Zeitung beitragen haben. Gehen Sie in 100 Pro aus der Zeitung den Namen? Ja. 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 Ich weiß nicht, dass ich mich nicht mehr sagen kann. Es ist ein Schmerz. Das ist ein Schmerz. Da sind die anderen Team. Ich habe nur noch 9人. Ich habe bereits einen Team. Die Team haben mich und ich fünf. Da sind wir. Da sind wir. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Es gibt auch drei Team. Der Mann ist... ein Wunderschön? Ich habe auch die Person in meinem Haus gelegt. Ich habe auch die Person in meinem Haus gelegt. Ich habe ihn in meinem Haus gelegt. Ich habe ihn in meinem Haus gewonnen. Ich habe ihn gewonnen, als ich in meinem Haus gelegt habe. Er wusste, dass ich meinen Schlüssel immer in meinem Briefkasten gelassen habe. Hm, er. Ich glaube, das ist der gute alte Rode Hering, der vorbeikommt. Gleich war es das kleine Mädel. Er. Er. Das, was ich jetzt der Rode Hering, der Sie in der Hering è verraten. Unruhkil! Unruhkil! Ich habe versucht, dass ich wieder zurückseite, aber ich habe noch nicht verloren. Wir alle haben aus dem Hecht, ich möchte meine Geis- European-Geим über den Geist-Gebiet vorbereiten. Ich hoffe, wie wir es tun haben. Sie waren seitdem als Geist-Gebiet-Gebiet gewinnen. Das ist die Menschen, die Arten zu wünschen, die Arten zu wünschen. Das ist eigentlich ein Arten, aber... Das ist ein Arten. Das ist ein Arten. Das ist Arten der Arten. Das ist Arten. Das ist eine Arten. Arten? Das ist Arten? Was man Arten? Das ist Arten. Das ist Arten. Die Arten und Arten sind ein Team. Hey,狐女! Hey! Wir haben drei Arten. Das ist ein Mann, aber das ist ein Mann. Ich bin ein Yanky-Koi-Dishu! Hä? Wer ist ein Yanky-Koi-Dishu? Oh, ich habe eine Überraschung. Na, 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 bevor wir uns auf die Attraktion hinbekommen, ich sage dir eine eigene Vorstellung. Dann... ...dann der Kami-Ga-Kunyakune, bitte. Wahrscheinlich alle. Wer ist ein Kunyakuny? Ja, 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 ja. Okay,さっさと自己紹介する! Tutta sandwich. Ch CHn! YLK Poice Sie bitte. administrations duлекс ます was. Genau, warum das? Schr W Presidential! Ich habe ein Bring-Man malen-Lo! Để ich das seleker auf! Ach, Sie sind nur eine andere Jewe, oder? Okay? Das reicht! Entschuldigung! Komm schon? Ich bin Shunju-Sengoku. Ich bin 29 Jahre alt. Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin seit 10 Jahren in den Juden. Ich habe immer noch lange geholfen. Ich habe immer noch lange geholfen. Ich bin so glücklich. Ich bin so glücklich. Ich bin so glücklich. Und er wird dann als Herr Schuch. Ich bin Sie. Sie ist 17 Jahre alt. Ich bitte Sie. Hm? Ihnen... Was der Wurkir-Pose? Winko? Ich bin kein Wurkir-Pose? Ich bin kein Wurkir-Pose. Ich bin kein Wurkir-Pose. Ich bin kein Wurkir-Pose. Warum hast du mich getan? Ich bin kein Wurkir-Pose. Ja, 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 ja. Hast du dir einen Wurkir-Pose? Ich bin kein Wurkir-Pose. Ich bin kein Wurkir-Pose. Ich bin kein Wurkir-Pose. Ich bin kein Wurkir-Pose. Wurkir-Pose? Ja, was du gemacht hast. Deine Strafe. Ich bin kein Wurkir-Pose, Die Massenmord. Okay. Aber, also, habe ich wahrscheinlich nicht mal so schlecht geraten mit dem Mädel. Weil wenn Sengoku hier als Massenmörder gilt und wir in der Gruppe die Massenmörder sind, dann muss ich auch ein paar Massen gemordet haben. Du bist als Massenmörder, oder? und mit dem Ärzte ... Dass die Massenmörder sind ... aber ... Was ... dass ich vor kurz darauf gemacht habe ... Massenmörder ... ich Discovery an ... du kennst ... Ich werde es so schnell紹介ieren. Dann gehen wir mal weiter. Wir sind? Ich bin Yamada-Furta. Ich bin mein Mann. 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 Ich bin Yamada-Layta. Ich bin mein Mann. Ich glaube, ich bin mein Mann. Ich habe mich nicht mehr zu tun. Ich bitte. Ich bin mein Mann. Ich bin so blind. warum ich meine meine Sprache habe. Ich habe keinen Halt. Ich habe mich mit dir geplant. Ich habe mich für mich. Ich bin dann genug. Furtar und Layta sind wir beide. Aber ich habe ein bisschen anders. Was für ein billiges Mädchen? Da haben die Autokorrektur nicht gefasst. Für ein billiges Mädchen. Ich habe das Schlagzeugen in die Räume. Ich habe das Schlagzeugen. Ich weiß nicht, aber ich bin der Schlagzeugen. Ich habe das Schlagzeugen. Der Schlagzeugen ist. Der Schlagzeugen. Das ist das Schmacht-Sein-Leice. Ich habe für ein Jahr 78. Die Team名 ist... Die Raubis. Na, wie heißt der? Death Dealing Duo. Ja, Bruder ist der Schlimme. Oh, der hat, ähm, der hat Gelder veruntreut. Ausnahmsweise kein Mörder, würde ich sagen. Aber es hängt mal wieder. Da kommt jetzt eine Auswahl. Jetzt kommen wir mal wieder. Ich bin sehr, 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 sehr stark. Ja, aber natürlich. Das war die Wunschung. Jö, Jö, Jö. Jetzt ist es die Zeit. Jö, 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 Jö. Also, ich bin nicht mehr. Lass mich. Jö, 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 Jö. Oh, oh, oh. Ich bin der Schlimme. Ich bin der Schlimme. Ich bin der Arkegallus-Izane. Ich bin sehr nahe Ich bin ich hier so gut. Ich bin mir sehr, sehr, sehr. Ich bin der Arkegallus-Izane. Ich bin der Arkegallus-Izane. Für 110 Jahre könntest du gemacht haben. Oh, Crafty Killers! Oh, Crafty Killers! Oh, Crafty Killers! Sie hat das Verbrechen begangen? Und nicht er, oder wie? 48, ich sehe sie. Das sind ja alles Mörder. Party Pop. Slice Stalkers. Akechi Alan Po. Oh, okay. Das ist die Mutter von Alan Poe. Das ist die Mutter von Alan Poe. Das ist die Mutter von Alan Poe. Das ist ein Künstlername, bestimmt bei ihm, oder? Na, was ist diese Leute? Das ist das, was sie sagen. Du bist so ein Alain Poe. Du bist so nett. Herr, Herr, Herr. Was ist das? Herr, Herr, Herr. Herr, Herr. Herr, Herr. Herr, 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 Herr. Herr, Herr! Herr, Herr, Herr! Was ist das was schon? Das ist schon gut! Kannst du auch解決? Wenn du es notwendig, schau mich zu erzählen... Was ist das, was du? Kannst du auch 100% sehen, oder? Wo sind die an der einen Augenblick? Entschuldigung! Bitte er ist ja auch selber vor. Herr Sohn! Wie ist das? Ich bin Herr Schojo. Vielleicht ist es nicht so ein Detektiv-Name. Was ist das? Das ist ein Verständnis für diese Geschichte. Na... Was ist das Detektiv-Name? Wieder bist du? Detektiv-Name ist das, wie gesagt. Ich bitte. Ich bitte. Alambo? Alambo? Ah! Edgar Alambo, ja. Mysteries-Sacker. Warum habe ich nicht den Edo-Ger? Es ist sehr großartig. Wahrscheinlich nicht so Horror-Fach, Mystery-Fach gepackt. Wobei, das ist wahrscheinlich... Wahrscheinlich wird mein Eindruck von Edgar Alambo dann durch der Rabi übertüncht oder so. Und das ist jetzt nicht als... Krimi-Autor. Ist Edgar Alambo ein Krimi-Autor? Habe ich das nicht richtig im Blick? Das kann natürlich durchaus sein, ne? Da muss ich wohl... Wenn ich das mal fertig habe, checke ich das mal nach. Vielleicht habe ich ja Edgar Alambo Unrecht getan und er ist tatsächlich ein Krimi-Autor. Und ich hatte es nur nicht im Blick. Irgendwo muss das ja herkommen, ja? Herr Niemann, wir gehen hier mit der Artikel. Du hast keine Beleidung, ist es nicht? Ja? Du kannst nur die Leute mit dem Verletzten, die Leute nicht verstehen können. Du kannst nicht sagen, du bist eine Frau. Ich bin Barahabara Benitaro. Ich bin der Krimi-Autor. Ich bin Barahabara Benico. Ich bin der Krimi-Autor. Ich bin der Krimi-Autor. Bitte schön. Ich bin der Krimi-Autor. Ich bin der Krimi-Autor. Also schau mal hier, Christina Kobayashi, also ist sein, Akechi Ellen Poe ist sein Detektivname und Christina Kobayashi ist ihr Detektivname, aber sie hat sich auch als Christina Kobayashi vorgestellt, aber jetzt ist sie die, die Maru, nein, Beniko Barahabara. Zwei Monate wegen Gefährdung der öffentlichen Sicherheit, das ist ja gar nichts. Team Spanner? Na ja, man sollte spannen nicht als so insignifikant. Das wollte ich sagen, insignifikantes Verbrechen sehen, mein Freund, dauert zwei Monate, bist schon im Knast oder sowas, aber Strafe muss sein. Du Spanner-Sau. Ja. Mööööööö! Känkaはやめてください! Mööööööö! Wir können jetzt die Gehüri-Kir-Gehäme für die Verküren von euch beherrschung beherrschung. Wir sind jetzt schon fertig! Ja, so... Ich bin aber nicht sicher, aber... Ich bin ein Kanzin von mir. Wow! Wer ist... Ich bin der Kanzin von der Kanzin, der es alle ist. Ich bin der Kulik-Kulik-Kulik-Kulik-Kulik-Kulik. Ich bin der Kulik-Kulik-Kulik-Kulik-Kulik-Kulik-Kulik. Ich bin der Kulik-Kulik-Kulik-Kulik-Kulik-Kulik. Ich bin der Kulik-Kulik-Kulik-Kulik-Kulik-Kulik-Kulik. So, 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 let's go back to the story. Here you are, you will be able to win a team, so you will be able to win a game. The people of the囚人 will be able to get your hand out of your mouth, which is the real truth. And the people of the囚人 will be able to win a game, which is what we want to do in a game, which is what we want to do in a game. Ich glaube, dass die Verkaufgabe der Verkaufgabe ist, was ich will. Aber ich glaube, dass die Verkaufgabe der Verkaufgabe nicht hierher kommen kann. Wenn man so einen Verkaufgabe der Verkaufgabe hat, dann muss man sich die Verkaufgabe sein. Die Verkaufgabe der Verkaufgabe ist nicht so gut. Die Verkaufgabe der Verkaufgabe der Verkaufgabe der Verkaufgabe der Verkaufgabe. Also mal meine Aussage zu relativieren von vorhin. Ich denke, also so wie sie es jetzt formulieren, ich dachte zuerst, okay, das sind verschiedene Verbrecher, die zusammengeführt werden. Und dann werden die beiden Rollen so verteilt, also der Vollstrecker und der Verbrecher. Ich glaube, Executioner hieß es vorhin im Hintergrund bei Vollstrecker. Aber anscheinend sind die Vollstrecker wahrscheinlich nicht irgendeines Verbrechens angeklagt, so wie ich das jetzt interpretieren würde. Vielleicht zählen sie eigentlich zu den Opfern oder Teil der Opfer. Dann ist das potenziell vielleicht, das Mädel ist das Kind von einem der mutmaßlichen Opfer von Sengoku. Man muss jetzt so zusammenarbeiten. Aber zumindest, dass die von der Seite aus herkommen, wo sie nicht Verbrechen begangen haben, sondern die die Seite des Rechts irgendwie repräsentieren. Ja, mal gucken. Seit der schon wieder Autokorrektur nicht gegriffen hat. ... 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 5人に膀胱を加えようとしたり、逃亡しようとしたり、ビンビンしすぎたり… …いう事を聞かなければ、執行ボタンを… …ぽちっとすると… Ah! リングから針が出た! …中に仕込まれた特殊金属が、紛失と共に針化して凝固! …針の先端部から毒が注入され、死に至ります! し、執行ってそういう事かよ! はい! 試験執行です! 執行人はいつでも、好きなタイミングでボタンを押して結構ですよ それに関して、何らのデメリットもない事は保証します だから囚人は、執行人に逆らわない方が身の為なのです うう… ビンビン来ますね! リナさんがボタンを押したら、俺が死ぬって事か… ちなみに、揺る切るリングは執行人の安全を確保するための措置ですので 執行人の判断でリングを外す事は可能です ただ繰り返しになりますが、囚人の皆さんは脅してリングを取らせようなんて考えないように… 執行人はいつでもリングを作動させられるんですからね! えへへ… つまり俺たち囚人の命は、執行人に完全に握られてるってことか… あたりを見渡す限り、海に囲まれていて… 俺にはここがどこかもわからない… 首にはゆるきるリングもある… ど…どうなっちまうんだ… ああ、戦後は一緒に変わったタレンの問題が変わっているのに… お! 部屋を選んでいるよ… ヨークルトランを 帰ろう… ウル kilトランめたら… イクルトランまでへ行きました! チームを選んでいると、 順番に登Teamを拳をしましょう… エミカルトランを見た… 私の5人の故事… Okay, also eine recht spezielle Kombination. Ich habe keine Frage, aber ich habe es nicht zu tun. Ich habe keine Frage, ob ich es nicht zu tun. Ich habe es nicht zu tun, und habe es eine eigene Beziehung. Ich werde es später mit anderen Teams verbunden sein. Ich habe es nicht zu tun, und ich werde es nicht zu tun. Ich habe es nicht zu tun, dass es zehn Jahre lang ist. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Aber es ist auch nicht so, dass ich mich in den Städten bin. Ich habe gesagt, dass ich ein Team gehen kann. Aber ich weiß, was ich? Ich weiß, dass ich die Städte auf den Städten bin. Aber ich weiß, was ich? Was? Ich glaube, die hat was gegen mich. Die hat was gegen mich. Oh, was ist, wenn Rin, oder wenn wir gewinnen und Rin möchte die Exekution von Sengoku haben? Das ist auch so ein Fake-Out-Ding, ne? Das ist für das erste Kapitel dann Sengoku-Spielern, der stirbt am Ende. Und dann haben wir einen anderen Charakter oder wir springen in die anderen Charaktere rein. Irgendwie sowas. Was ist das, was ich möchte? Ja, das stimmt. Ich weiß, dass es ein Team ist. Aber ich bin mit meiner Meinung. Also, wenn Sie auch mit meiner Meinung sind. Aber wenn es notwendig ist, dann kann ich den Anwalt-Ding. Ich weiß, dass ich das nicht verstehe. Ja, ich halte es im Hinterkopf, mein Freund. Ich fühle mich, dass ich das nicht verstehe. Erstens, ich muss mich verstehen. Rina, ich war schon vorhin, aber... Ich habe mich in einem Fall verabschiedet. Und dann habe ich schon seit 10 Jahren verabschiedet. Ich habe mich immer beantwortet, aber... Ich habe keine Möglichkeit für mich zu verabschieden. Ich habe keine Möglichkeit für mich zu verabschieden. Ich bin ehrlich gesagt... Ich fühle mich an. Ich fühle mich an. Aber... Ich habe mich an diese 10 Jahre hergestellt. Ich glaube nicht, dass ich mich an. Ich glaube nicht, dass ich mich an. Aber... Ich habe mich an. Was ist das? Was ist das? Ich habe mich an. Ich werde ihn umbringen. Oh nein! Ich habe ihn nicht verstanden. Wie ist denn, dass ihr hier in Yurukil Land gekommen seid? Sie haben nicht den Ort, oder? Ich habe eine Begründung. Begründung? Das ist sehr怪isch. Ich glaube, das ist怪isch. Aber es ist mir nicht bekannt, dass ich meine eigenen Dinge selbst wissen. Hmm... Ich hoffe, dass ich ein Willen wünsche. Was ist das Willen? Ich weiß nicht. Ah, das stimmt. Rina, ich kann mich nicht öffnen. Aber es ist nichts. Ich bin ein grosses Verletzungen in der Welt. Ich habe die Verletzungen vor 10 Jahren geschaut. Gut. Das wird sich insbesondere daran erinnern, weil du ihre Eltern umgebracht hast. Also, allegedly. Angeblich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2017 Jetzt wird mir gezeigt, wie ich mit den Items... Jetzt wird mir die ZDF für funk, 2017 und dann wird mir die ZDF für funk, 2017 Und dann wird mir die ZDF für funk, 2017 Das ist eine ZDF für funk, 2017 Feierhaus Wo gefeiert wird Haben wir es direkt vor uns? So, ich muss an dieser Stelle eine kleine Pause machen Allerdings, für euch wird es keine Pause sein Denn es geht gleich weiter, bis gleich So, weiter geht es Klack klack Wir müssen Gameplay mal sehen Und dann wird es Wir müssen die ZDF für funk, 2017 Wir müssen die ZDF für funk, 2017 und dann wird es Wir sind die ZDF für funk, 2017 Wir müssen die ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Aus Respurs Ja, genau. Die Yur-Kir-Land ist sehr großartig, und es ist eine große Herausforderung für alle Teams. Also, es geht nicht um die beiden. Es geht nicht um mich. Es geht um mich. Lina, was du? Du hast die Farbe ausgesucht. Ich bin okay. Oh, wirklich? Rina-san, wenn du hierher gekommen bist, ist es so gut, wenn du hierher gekommen bist. Ich bin so nervös. Los geht's. Ah, warte. Wir sprechen noch ein bisschen. Wir sprechen. Du bist ein Team, wir. Rina-san, wenn du hierher gekommen bist, war ich sehr, wenn du hierher gekommen bist. Ich bin sehr, wenn du hierher gekommen bist. Ich bin sehr froh. Ich bin sehr froh. Aber es ist nur ein Thema, wenn du hierher gekommen bist. Ich habe nicht gesagt, dass du hierher gekommen bist. Was? Aber es ist ein Mädels? Ist das nicht so? Du hast sie alle umgebracht. Ich habe keine Eltern mehr. Ich habe schon gesagt, es ist ein paar Huren. Huren? Ich habe die Huren, die Huren. Nein, ich bin kein Dank. Bitte nicht, Herr. Es ist keine Worte. Komm, nicht so! Dann ist es heute als bemerkst, dass du hierher gekommen bist. Rina-san ist der Bekäufer. Es wäre nicht so, dass du hierher gekommen bist. Ja, wie soll man sich jetzt hier amüsieren? Ja, hier ist es ein Wunschweres. Ja, das ist ein Wunschweres. Das ist ein Wunschweres. Es ist Wunschweres. Es ist ein Wunschweres. Es ist ein Wunschweres. Wir haben hier die Wunschweres. Ich bin hier drin. Wunschweres. Binko, ich bin plötzlich. Er ist ein Wunschweres. Sie sollen sich auf und kommt, Es tut sich ver質det 然後 älter aus. Wenn duee wegschaged müsstest, dann一 mix in die Wunschweres. Joi, du west. Blinker, du wertschteges. Ich sage das, was ich? Ich werde das, was ich? Ich werde das in die nächsten Zimmern gehen. Das ist das, was ich? Das heißt, dass ich das Geheimnis habe oder das Geheimnis habe. Das wäre mir auch so. Hahaha! Herr Schmuck, ich bin mir nicht sicher. Es ist gut, dass es nicht so gut ist. Aber wenn man diese Eure-Kill-Games und viele Artoxion hat... Es gibt auch noch ein paar Möglichkeiten. Ich bin hier. Sehn Gok-san. Was? Ich sage es aber... Sie sind in der Mitte des Todes. Wenn ich mich darauf achte, dann werde ich immer wieder auf Ihren Haken stellen. Ich habe keine Ahnung. Das stimmt. Ich bin der Arschlund. Wenn ich mich für dieses Wurkir-Game habe, dann werde ich wirklich sterben. Ich bin mein Leben. Ich bin mein Leben. Ich bin mein Leben. Das ist wirklich getan. Es sollte man jetzt schon spekulieren, was so der Hintergrund dieser ganzen Aktion ist. Mein dezentes Gefühl bleibt da, dass diese Spiele aufgebaut wurden, damit die Leute, die hier Verbrechen nicht zugeben, dass sie es doch zugeben und da dieser konstruierte Wettbewerb dazu benutzt wird, um eigentlich hier Lügengebilde einbrechen zu lassen. Irgendwie sowas. Mal gucken. Wir werden uns in die Strafung der Strecke hineinwägen, ob wir das Spiel machen wollen. Wenn ein Spiel der Zucht und den Kiel entzünderommt, dann wird es nichts zu machen, dann wird das Spiel nicht mehr. Geh und Geh und Geh haben alle drei Shun- und Geh- 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 . Firehouse, start! Das ist die Art! Yurukil! Es hat sich schon angefangen. Das heißt, diese Yurukil-Land ist ziemlich großartig. Es ist nur ein Attraktion. Das heißt, in diesem Haus hat eine gewisse Erfahrung. Das ist das Attraktion? Mhm. Sieht aus wie Rinas Haus. Als den Goku ihre Eltern umgebracht hat. Das ist nicht so schwer. Ich bin wirklich gut. Ich werde mich mit dem Herd knacken. Nicht so, dass ich mich auf den Behandel steckte! Ich habe mich nicht aufgetan, aber ich habe mich nicht so schlecht. Ich werde mir nicht interessiert. Ich werde dich auf die Attraction beenden. Das ist jetzt natürlich schon ziemlich deutlich, ne? Also, wir erleben die Situation von vor zehn Jahren nach, als er den Massenmord begangen haben soll oder ein Teil der Massenmorde und das ist die Wohnung, in der Rina als kleines Mädchen mit ihren Eltern war, oder ihre ganze Familie, die von Sengoku in Anführungsstrichen geschlachtet wurde, weil er ist ja unschuldig, naja, so, ich kann mal Action machen, das ist doch nice, also, ich kann mich hier umschauen, wenn ich irgendetwas mit irgendwas interagieren kann, dann, ah, das Familienfoto hätte ich jetzt hier gern gesehen, natürlich, wenn ich mit irgendwas interagieren kann, dann färbt es sich anders, wahrscheinlich ist jetzt erst mal alles ausgegraut, außer dem Roboter in der Mitte. Und jetzt kommt's? Das ist eine Worte. Ich möchte das Worte. Das Worte? Das ist das Worte, was der Gator Keeper der Binko gesagt hat. Also, das ist das, also Rina, auch das Worte. Das ist ein Worte. Es ist kein Worte. Es ist kein Worte, es ist kein Worte. Ich bin zu holen und zusammen. Ich weiß nicht, was ich? Rina? Ich bin nervös, aber... ... du kannst du auch gehen? Ich bin okay. Ja, also... ... also, wir beginnen. Was ist das, Masato? Ich bin eigentlich, ich weiß, was dieses Spiel. Ja... Wenn man diese Sachen anschließt, dann kann man sich die Begründung ausprobieren. Ich werde es nicht so schnell probieren. Ach so? Das ist doch sehr gut. Ich habe, bevor ich in den Gämmen bin, war es ein Spiel. Wenn ich in den Gämmen bin, habe ich auch einen Board Game gemacht. Ich habe gerade gefragt, wie ich es schon gesagt habe. Ich glaube, das war so. Es ist schwierig. Hey, und jetzt können wir mit mehr interagieren. So, jetzt will ich mal das Foto von der Kleineren sehen. Oh, kann ich das nicht genau an mir angucken? Schade. Eiskocher. Diese Ecke scheint relativ... Ah, interessant übrigens. Wenn man sich etwas angeguckt hat, kann man es sich nicht noch mal angucken. Bleibt ausgegraust. Über diese Ecke haben wir schon gecheckt. Oh. Oh. Das ist das Haus. Wir haben die Ecke. Wir haben eine Rätschlein. Wir haben eine Rätschlein. Rätschlein, woher ist? Woher ist es? Ich will es! Rätsel in der Attraktion. In jeder Attraktion erwarten dich Rätsel, die du anhand der Hinweise, die du vorfindest, lösen musst. Es ist gut, dass sie konzentrieren möchten, können beim Rätsellösen Gebrauch von den vorbereiteten Hinweisen machen. Das sind drei Hinweise von eins bis drei, die du dir anhören kannst. Bis du das Rätsel gelöst hast. Dir wird kein Schaden zugefügt, egal wie oft du die Hinweise anhörst. Die Räume werden so ausgeführt. Ja, also fünf. Das heißt, Rina hatte noch zwei Geschwister und die beiden Eltern oder war vielleicht ein Geschwisterlein und die Großmutter oder irgendwie so da. Oh. Oh. Ich habe mich nur umgesehen. Ja, du warst ja auch jetzt zehn Jahre im Knast, ne? Es ist ein Kühlschrank, ne? Es ist ein Kühlschrank. Es ist ein Kühlschrank, ne? Es ist ein Kühlschrank, ne? Es ist ein Kühlschrank. Was ist das? Ich muss mich wieder zusammenraufen für mich und für mein Kind. Was ist das? Es ist vielleicht nicht ein Haus, das wir im Sand sind, sondern es ist jetzt in der Theorie eine andere Wohnung. Es ist ein Kühlschrank. 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 Was ist das? Ist es wirklich, dass die Nummer da versteht, wie oft man sie benutzen kann? Also ich kann die Dinger hier wechseln, in dem... In der Zeitschrift stand drin, und die kann ich mir nicht noch mal angucken, okay? Wie viel mehr als das habe ich hier nicht? Charakterie kann ich mir hier alle angucken. Also hier stand drin, von was ich muss sie aufzählen, damit sie bis Ende des Monats reichen. Frage ist, brauche ich noch was extra zum Lösen, oder ist es das? Lassen wir das mal hier kurz weiterschauen. Lieber nicht anfassen. Von Kleidung. Sie und ihr Baby. Oh, kann ich mir das nochmal angucken? Nee, ich hab nur diese beiden Items. Ist das der Hinweis hier, oder wie? Also, es ist, wenn es wirklich hier die Benutzung ist, die hier oben drauf steht. Dann bei beiden aufteilen, damit es noch hält. Gleichmäßig. Oder? Mal einen Moment. Oh, sorry, kurzfristig. Kleine Unterbrechung. Aber das Rätsel können wir hier, glaube ich, noch machen. Wir haben also Gedankengang im Dokument stand drin, dass sie die aufteilen muss. Wenn das wirklich die Benutzungen sind, die hier draufstehen, sollte also die Summe bei beiden gleich sein. Ihr könnt ja mal durchzählen. Also eigentlich, wahrscheinlich ist es nur so zur Verwirrung, dass die Sachen hier hochzählen. Und wir haben zweimal die 5 hier mit dabei. Und wir haben hier 1, 2, 3, 6, 10, 15 haben wir hier. Wir haben 10, 19, 27, 34, 40, 45, 45 plus 15. Also da haben wir 60, da brauchen wir also zweimal 30 bei den beiden, würde ich jetzt sagen. Wie würden wir das dann am besten aufteilen? Ich brauche nochmal 15 hier dazu. Okay, ist doch simpler als ich dachte. Also, nee, ich dachte so, wie ich dachte. Irgendwas ist hier aufgegangen, was könnte das sein? Oh, das hier. Oh, das hier. Oh, das hier. Okay, und dann finde ich wahrscheinlich im anderen Part. Die... Das Papier, das Tagebuch. Ich mach mal rüber. Ich mach mal rüber. So ein junger Mann, der hier gewohnt hat, alles... Boah. Alles voller Taschentücher hier. Naja. Was hat er für ein Famicom? Und das ist ein Playstation-Controller, aber so ein flacher Dreamcast. Naja, das ist alles gefakt. Also gucken wir mal. Das ist ein TV-Game-Titel. Ja. Ja. Welche RPG-Serie haben denn die Macher von diesem Spiel gemacht, ne? Wahrscheinlich ist das hier ein Zitat. Ist es der Typ aus Red Steel 2? Wahrscheinlich nicht. Da brennt hier auch noch der Müll. Überall sexy Young Girls und Figürchen. Na, das ist... Was ist... Was ist... Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Das ist... Das ist... Nichts für dich. Nichts für dich. Es zugeben. Keine Nacki da ist für mich. Nichts für dich. Das ist eine solche Dinge. Okay, also die Nakedai-DVDs waren wir hier. Was ist denn hier? Okay, es war nur ein Follower-Abkommen. Was ist denn mit denen gesondert hier? Hm, der Schrank drunter ist auch gefärbt. Lass uns mal gucken, bevor wir das wahrscheinlich das Rätsel hier, ob wir Hinweise finden. Das ist so, dass ich es nicht verletzt habe, also ich habe es nicht verletzt, oder? Ich habe es nicht verletzt, weil ich es nicht verletzt habe. Also aufräumt nicht, andere Hinweise nicht. Das sind wirklich die DVDs wahrscheinlich. Hm, in diesem Händler, es ist eine Kugel. Aber die Kugel ist nicht verletzt. Wie kann man es anfangen? Also, ich habe es nicht verletzt, wenn ich es nicht verletzt habe. Okay, also wir haben... Komm, kann es wirklich so simpel sein? Fuck, wirklich. Wir wollen recht easy anfangen erstmal mit den Rätseln. Äh, gib das her. Wir wollen den Rätseln, aber wir können den Rätseln. Lina? Wir können auch den Rätseln. Wer ist das? Einmal... Wir wollen den Rätseln. 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 Also sehr simple Rätseln zu Beginn noch jedenfalls. Wir wollen den Rätseln. 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 Ähm, warum kannst du, warum kannst du nicht malen? Ich brauche noch Augen! Ich kann nicht sagen, ob ich nicht zu fragen. Ich kann nicht sagen, ob ich nicht zu fragen, ob ich nicht zu fragen kann. Die Reden? Ich kann nicht sagen, ob es nicht zu sagen. Ich weiß nicht, aber ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich nicht genug habe. Ich weiß nicht, dass ich nicht nur ein Stück verbleibliere. Ich kann nicht nur einen kleinen Claren zu geben. Ich weiß nicht, dass ich nicht. Ich weiß nicht, ob ich es nicht. Ja, sagst du was? Ja. Mama! Mama... Mama... ...ja... ...ja, ich habe keine Roboter von Mama... ...ja... ...ja, das ist nicht so. Ich werde Rina. Ich werde Rina. Du weißt genau Bescheid, was da Phase war, weil sie eigentlich der Roboter ist. Ähm. Du hast es getötet. Getötet? Getötet, also Kitsch. Ich liebe es. Ja, ja, ja. Das ist jetzt eine wichtige Frage. Ich glaube nicht. Ich habe jetzt die Frage über die Frage gemacht. Ich habe die Frage gemacht. Sie haben die Frau in der Kitten, die Frau in der Kitten steht. Dann gehen wir mal an. Deküße... Ja, nicht die Küche hier anscheinend, sondern die Mama-Küche. Oh, nee, ich kann nicht raus. Ah, Moment, nicht die Küche, sondern der Esstisch. Nee? Nee? Ach, die Küche, aber... Wo in der Küche? Ah, der Teppich, und an der Teppich ist er gerollt. Der Türwächter. Ja. Ja, das ist. Danke. Oh, hier ist etwas aus. Ja, das ist. Ja, das ist. Ja. 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 Sie sich bitte, ob die Netze über dem Müll richtig angebracht sind. Weitere Neuigkeiten. Die Familien in Zimmer 103 und 201 erwarten Nachwuchs. Die Familien in Zimmer 201 erwarten sogar doppelten Nachwuchs. Es werden Zwillinge. Oh, die Zwillingsschwester von Rina hat Sengoku umgebracht. Wir können es kaum abwarten. Oder, ah, nee, oder die schwangere Mutter. Das wären die Geschwister geworden von Rina. Das kann auch sein. Ja, stimmt. Weil die Mutter wird da ja als schwanger bezeichnet. Aber hier haben wir schon ein kleines Kind. Wir können es kaum abwarten, die neuen Mitglieder unserer Gemeinde kennenzulernen. An die besagten Familien sollten Sie Hilfe brauchen. Geben Sie uns jederzeit Bescheid. Thema 302 ist von Montaner. Der vorherige Mieter hat allerdings einige sehenswerte Möbel zurückgelassen. Sollten Sie oder ein, eine Bekannte, Bekanther von Ihnen Interesse haben, melden Sie sich einfach bei uns. Manchon-Daiori? Was ist das? Ah, Kaste! Was ist das? Was ist das? Ich habe auch schon sehr viele Schmerzen geöffnet, aber... ... 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 die Todesszene. Er braucht Rot für Blut. Hm. 俺はこのアトラクションで死ぬかもしれないんだ。 改めてそう思ったら、怖くなってきて… リナさんを押さないでくれ! さっきの部屋のギミックからして、 部屋に入るや否や危険が及ぶなんてことはないと思います。 理不尽に殺すつもりなら、最初からアトラクションなんかさせる意味がありません。 あ、それもそうか? 切り替えが早いですね。 で? これまた普通の部屋だな。 でも…ちょっとオフな感じだ。 年配の人が住んでいたイメージなのか? おっ! またロボだ! … 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 Das ist gut. Die喉 ist auch sehr süß. Es ist nicht so gut. Wenn ich mich zu essen möchte, ist das Mikan. Ich habe nur ein Blut gemacht. Schau mal hier. Das ist ein Ball-Pen? Aber es hat sich nicht geöffnet. Es gibt einen Memo. Was? Was ist das, was ich? Das kann ich nicht nur sagen. Hatte ich noch eine weitere Mandarine geben? Das ist eine alte Telefonkarte. Das ist so, dass es so sein wird, oder? Was ist dieses Bild? Wir wollen die Mikaner nutzen und spielen. Vielleicht ist es... Was ich ganz gut finde, ist, dass auch in der Ingame-Grafik das auf Deutsch da steht. Also nicht nur hier in dem Item-Bild, sondern auch richtig in der Location. Also, ähm, elf Mandarinen, vier Plätze. Oben will nicht an wenigsten. Oh Gott, ich glaube, ich sollte mir das aufschreiben jetzt. Äh, habe ich einen Stift. Äh, da. Boah. Wo bist du? Ah, da bist du. Wo ist das? Keine Rechnung. Da kann ich draufschreiben. So. Also. Oben. Nicht am wenigsten. Also, es hilft mir, wenn ich sowas veranschaulichen kann. Links. Nicht. Weniger. Als oben. Rechts. Die meisten. Und unten. Hälfte. Von. Oben. Okay. In der Theorie. In der Theorie sollten wir das jetzt, ah, und ich könnte das hier eben hier angucken. Ja gut, aber veranschaulicht hilft das. Also, wir haben elf Stück. Elf Mandarinen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Wir haben jeweils fünf Plätze hier. In der Theorie, um jedem dann drei zu geben, bräuchten wir zwölf. Warte mal, ich mach mal als Startpunkt. In der Theorie, wenn wir gleichmäßig haben wollen, bräuchte man dann drei pro Platz, aber dem ist natürlich das nächste. Also. Rechts möchte die meisten haben. Die Hälfte von oben. Ja, die Hälfte von oben. Das heißt, wir bräuchten etwas, was möglichst gerade ist. Mal knistert das ein. Okay, schon gelöst. Da war das Aufschreiben wahrscheinlich langwieriger als das Lösen jetzt. Ja, aber gut. Das ist ja, die Hälfte von oben. Mhm. Nächster Raum. Nein. Das ist ja, die Hälfte von oben. Wachträum. Na ganz dabei. Wie geht es? Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das ist, wie man. Das ist in der Kunkse? Es ist in der Kunkse. Es steht in zwei瓶 mit 20-malen. In der Mitte ist es ein kleines Binko. Drink, Mii. Wenn man nicht verliert, ist es eine Chance? Was ist das? Es gibt noch. Was ist das, was man zu leben? Was ist das, was man zu leben? Was ist das? Was ist das? Drink? Ich glaube, es ist nicht sicher. Wenn man die Hände war, wäre es gut. Moment, Moment, Rina. Was ist das jetzt? Es hat sich gesagt, dass es nicht zu leben ist. Wenn man die Hände verwendet, ist es ein Schmerz. Das ist das? Wahrscheinlich ist es so. Aber wer soll das? Wer soll es nicht zu leben? Was ist denn das? Man muss sich nicht die Hände nehmen. Wenn man die Hände nicht richtig ist, wird es nicht richtig. Man muss dann die Hände nehmen. Wenn man die Hände nicht zu wissen, ist es nicht zu machen. Aber ich habe keine Hände. Ich habe keine Hände. Ich bin einer Reise. Sie sind ein Schmerz. Ich habe ein Schmerz. Was ist es das? Oh! Was ist das? Also, ja, kannst du wissen, aber ich weiß es nicht so richtig. Ja, ich weiß es nicht so richtig. Ich glaube, das ist ein Schuss. Ich glaube, das ist ein Schuss. Das ist ein Schuss. Das ist wichtig, dass es nicht zu sein. Das ist wichtig, dass es nicht zu sein. Das ist ein Schuss. Das ist ein Schuss. Ja. Äh, warum speichern wir nicht einfach mal? Äh, okay. Das ist ein Schuss. Das ist ein Schuss. Das ist ein Schuss. Das ist so, wie der Kreisbutton auf der Playstation soll ja eigentlich kein Hinweis sein, weil das Spiel gibt es auch für die Switch. Also wird es keine Spielerei mit den Buttons hier sein. Machen wir die Leere? Das ist ein Schuss. Das ist ein Schuss. Das ist ein Schuss. Ja. 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 Ah, ist der kleine Kreis gefangen. Sogar das Binnen und Schubel und Schubels auch immer ist. Wenn man diese Binnen und Schubel die Räume auf dairyitionalen Fähigkeiten hat, dann werden wir mit dem Schubel verzeichnen, die in Schubel sind die Schubel und haben das Binnen und Schubel geübt. Ja, okay, Poison enthält Doppel-O. Also daran hätte ich jetzt überhaupt nicht gedacht. Oh, Gott. Aber die C da fehlt noch. Das ist ein Tiefkühlfach. Das ist ein Kindesbett. Das ist sehr großartig. Das ist ein Wettbewerb? Lina? Wie war das? 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 Das ist bestimmt, ich habe hier ein Wettbewerb. Es ist kein Wettbewerb, aber es ist eine Wechte. Das war das hier. Es ist auch so, dass es sehr gut ist. Es gibt einen Grund, oder? Es gibt einen Grund, oder? Es gibt einen Moment, oder? Es gibt einen Moment, oder? Rina, wie ist das? Ich denke, ich habe nichts gehört. Das Bett für die Kinder? Das ist sehr großartig. Wie ist es für ein Wettbewerb? Lina? Was ist das? Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Das ist das gleiche Text. Wenn du dich überraschst, dann kannst du dich hören. Oh ja, das stimmt. Du bist in der Schule, oder? Ich dachte, ich wollte mich überraschieren, aber... Das ist ein Wettbewerb. Was ist das? Ein Wettbewerb? Was ist das? Das ist... Okay, also gestern, 15.08. die TK-Tagespresse, gestern brannte im Bezirk XX ein Wohnblock bis auf die Grundmauer nieder, nachdem sich eine Explosion auf dem Gelände ereignet hatte. Die Polizei fand Überreste von 21 Personen und verhaftete aufgrund eindeutiger Indizien Teilzeitlieferboten. Shunjo Sengoku. Mhm. Der Verdächtige behauptete, während des Vorfalls geschlafen zu haben und sich an nichts erinnern zu können, die Polizei ist nach wie vor dabei, die 21 Leichen zu identifizieren, die verkohlt in den Trümmern gefunden wurden. Die genaue Todesursache steht noch nicht fest, aber sollte sich herausstellen, dass die Opfer aufgrund des Feuers gestorben sind, wird dieser Vorfall wohl als die schlimmste Brandstiftung dieses Jahrzehnts in die Geschichte eingehen. Dass Sengoku das selber nicht merkt... Ein paar Malen von diesen filmen ist eine Anzahl der Beyerung. Die Verküpfung des Anliegen. Die Funktionen in der Schlöter von der Flatschner sind die Typen, die Schöne in der Stadt stattfindet. Das ist eine größte Handlung半bund und die Schöne in die Stadt. Ich weiß nicht, wie ich es gemacht habe. Vielleicht ist es... diese Attraktion, dass ich ein Verletzungen für mich geholfen habe? Diese Yurkiel-Land... Es ist verrückt. Wer ist das Ziel? Ich weiß es sehr, dieses Verletzungen. Ich weiß nicht, Lina. Sie waren sehr jung, aber... Nein, ich weiß nicht. Es gibt auch viele Dramas in TV. Es ist eine Kaffee. Das ist wirklich ein Mensch. Ja. Ja. Ähm, den rechten Raum haben wir noch nicht gecheckt. Wir müssen uns in den Runden gehen. Aber was soll ich? Ich kann mich nicht in die Hand nehmen. Es ist auch so, das war es. Aber warum ist das so, was ich so verletzt? Ich würde mich zurück in den Runden gehen und zurückkommen, nicht? Wenn ich die Runden sage, gehen wir zur Runden. Hey! Runden, was ich verletzt? Was glaubst du? Es ist ein Kofu, oder? Ist das ein Kofu? Das ist ein Kofu, oder? Aber es ist ein Kofu, das ist sehr leicht. Ich habe es verletzt. Hast du es verletzt? Ich habe es verletzt. Ich habe es verletzt. Das ist ein Kofu! Lüzu! Es liegt. Ist das ein Kofu? Was ist das? Zengoku Shunjo Der Verdächtige wurde schlafend in einem Lieferwagen aufgefunden, der auf der Straße gegenüber des Wohnblocks geparkt hat. In einem Lieferwagen wurde außerdem eine Plastikflasche entdeckt, die mit Sprengstoff gefüllt war. In Anbetracht der Indizien wurde der Verdächtige an Ort und Stelle festgenommen. Also ein Indizienprozess zu 100 Jahren Haft, nee, zu 1000 Jahren Haft, oder? Was heißt? 999? Verurteilt? Was ist das, was die Polizei? Warum ist das hier? Ich weiß, was das? Was? Du hast, die Mänschen in der Handwerkspläne, die in der Handwerkspläne, in der Handwerkspläne warst. Du hast, was er nicht weggelegt, sondern in der Träcke in der Nähe geblendet. Die Mänschen, das ist der Grund, weil das ist, dass die Mänschen entdeckte. Das ist nicht anders! Wenn ich den Bewerbungen für den Bewerbungen zu bekommen habe, dann bin ich schlaft. Ich wollte mich überlegen, was ich. Na, was? Du bist ein Mensch. Ich glaube, ich glaube, dass du mit dem Gehirn verletzt. Ich glaube, dass ich das nicht mache. Das ist gut. Ich werde das jetzt tun. Das ist das, was ich. Also, oh, das Spielzeug. Das ist ein Kind. Das hatten wir schon, ne? Das kann ich mir immer wieder angucken, interessanterweise. Die anderen Sachen, nee, was ist der Kühlschrank? Also, der wahre Killer hat mich betreut mit Energydrinks. Das ist ein Kühlschrank. Das war's. Das war's für ein Kühlschrank. Das war's. Das war's. Was? Ich habe das Wort gesagt? Das war ein Kühlschrank, der sich in der Seite ausgeschlossen hat. Das ist ein Kühlschrank. Nein, nein, nein. Ja, das ist nicht so. Okay, das ist gut. Wir gehen jetzt in der Mitte. Bitte wählen Sie. Was ist das? Wenn Sie nicht tun, können Sie den Anbieter anbieten. Was ist das? Ich glaube, dass Sie nicht verstehen können, aber es gibt keine Wahl für Sie. Bitte wählen Sie. Bitte, bitte. Wenn du den Löffel wählst, oder wenn du den Löffel wählst... Wenn du den Löffel wählst... ... aber wenn du den Löffel wählst... ... wenn du den Löffel wählst... ... dann hast du den Löffel gewonnen. Äh... Ich verstehe. Das ist gut. Dann bitte... ... den Löffel wählst... R-Lina... ... du kannst du noch einmal... ... ... du musst du fragen. Es gibt keine Fragen. Ich bin zufrieden... ... ... wenn du nicht, wenn du mich zackst... ... ... ich will nicht... ... aber ich kann nicht sagen... ... ... Das ist ja selbst entschieden. Das ist ja nicht so, was ich? Ich habe das Problem mit dem Motivation in den Krieg. Ich habe mich auch in diesem Spiel gefallen. Das ist ja nicht so, was ich. Das ist ja nicht so, was ich. Dann können Sie es schnell ausprobieren. Was? 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 Sie haben noch die Verpackung des Lockes wieder ausgeschlossen. Das war das Richtige. Hm. Sie hatten unterschiedliche Cap-Farben auch. Aber es hätte ja auch irgendeinen Hinweis geben müssen eigentlich. Was ist in der Karte? Wie ist das? Das war das Lina. Das ist ein... Ein Bildschirm? Ich habe auch gesehen. Aber... Es ist auf die Seite. Ich weiß nicht, dass ich die Namen nicht verstehe. Aber ich habe eine kleine Geschichte geschrieben. Es ist ziemlich alt. Oha, ich bin mir raus, dass das Rinas Tagebuch ist. 23. August Regen. Heute habe ich ein Spiel gespielt, danach habe ich Mittag gegessen. Am Abend habe ich mit meiner Familie gesprochen, die hatte sehr viel Spaß. Der Kuchen, den meine Mutter gebacken hat, war total lecker. 24. August Sonnig. Ich wurde von lauten Geräuschen geweckt. Ich habe einen Mann gesehen. So viele Wohnungen haben gebrannt. Es war sehr heiß. 24. August bewölkt. Oma und Opa haben mich im Krankenhaus besucht. Sie haben mir gesagt, dass ich meine Eltern, meinen großen Bruder und meine kleine Schwester nie wiedersehen kann. Ich will sie aber wiedersehen. Holy fucking shit, ey. Das ist ... 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 Komm, Dude, also das Spiel macht es jetzt auch mega deutlich. Wollen wir sonst noch was hier zum angucken? Weil wir dann wahrscheinlich nicht mehr so wichtig. Okay, das ist ein Ball-Pen. Danke. Okay. Dann gehen wir weiter. Oh, noch etwas aus dem Roboter. Bitte sehen Sie. Auf der Seite, auf der Seite, auf der Seite, auf der Seite. Was ist das? Was ist das? Was ist dieses Wort? Das heißt, das ist ein Geist, oder? Was ist das ein Geist? Was ist das ein Geist? Das wäre nicht das Geist. Aber was muss man hier verwenden? Oh, der Roboter habe ich bereits etwas geschrieben. Oh. Ich habe einen Sign-up. Was ist das? Das ist ... Rina, was das nicht der Klampe von Rina? Warum ist Rina's Klampe? Was ist das Klampe von Rina? Das ist das Klampe von Rina, nicht der Klampe der Klampe. Was ist das, dass die Hälfte ihres Haares weiß geworden ist vor Schock, damals als Sengoku ihre Familie abgefackelt hat? Das ist das Klampe von Rina. Nein, das war das Klampe von Rina. Ich weiß nicht, dass ich das Klampe von Rina. Ich dachte, dass du ein Klampe von Rina ist. Ich habe gesagt, dass es ein Klampe von Rina ist. Ich habe nur ein Klampe von Rina, dass ich nur ein Klampe von Rina war. Das war das Klampe von Rina. Das war das Klampe von Rina. Das war das Klampe von Rina. Ich habe keine Ahnung, dass ich nicht so schlecht war. Warum hast du so gemacht? Ich weiß nicht wirklich, dass du das Klampe von Rina nicht verletzt hast. Was soll ich sagen? Jungen, du kannst doch nicht so schwer vom Begriff sein. Du kannst doch nicht so schwer vom Begriff sein, mein Jung. Wir können noch einmal erzählen. Was ich am normalen, in meinem Haus? Das ist, was ich an der Saat einen Schrauch von Rina geschrieben. Ich habe das Klampe von Rina in der Fall. Ich habe das Klampe von Rina. Ich habe das Klampe von Rina. Das Klampe von Rina ist. Das war, dass ich an dem Tag geschrieben habe. Ich habe das Wort gesagt, was ich gesagt habe. Ich habe das Unternehmen, die ich von mir ausgebracht habe. Das war der Fall, ich habe meine Mutter mit einem Tag zu verabschieden. 31 Tag, dann habe ich die Mutter mit dem Machen gemacht. Ich habe meine Mutter mit dem Machen mit dem Machen gegründet. ... ... ... ... ... ... Warum das automatische Wiedergabe-Ding nicht von alleine immer weiter geht? Dann wird meine Mutter wiederum erholt. Mein Vater, mein Herr und meine Mutter... Sie werden mich wiederum erholt. W-W-Warte! Was ist das, was du? Als ich über die Geschichte über die Runde zu hören habe, Ich dachte, wenn ich mich nicht, wenn ich mich nicht beurteilen wollte. Ich dachte, was ich nicht so schlecht. Ich dachte, dass ich mich nicht in den Attraktionen gibt. Du bist? Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Das ist... Warum hat der Verkaufsgericht auf diese Weise... Ich habe die Verkaufsgericht vorgestellt, die Verkaufsgericht hat. Die Verkaufsgericht ist, dass die Verkaufsgericht auf den Verkaufsgericht auf den Verkaufsgericht auf den Verkaufsgericht. Das ist... Das ist so gross, was... Ich habe mich gefragt, dass ich mich nicht verstanden habe. Also, dass ich mich nicht verstanden habe. Ich weiß nicht, was ich nicht verstanden. Ich habe mich immer klar, wie ich den Namen des Verkaufsgericht... Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie ich... Ihr ist... Ihr ist immer noch so wichtig. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich bin der Karte der Karte. Ich habe nicht gedacht, oder? Es ist das, was Sie für die Vergangenheit. Aber ich glaube, es ist das nicht die Vergangenheit. Ich habe auch noch, dass ich die Eltern in der Welt leben kann. Ich habe... Ich werde, warum ich hier in den Yurkir Land gekommen bin. Ich werde mich für Sie verletzten. Das ist das, was ich. Wenn ich meine Familie ein wenigstens kann. Nein. Ich habe mich nicht verletzt, aber ich habe mich nicht verletzt. Aber wenn ich mich, wenn ich mich für dich bin, dann muss ich den Anfänger. Wenn ich mich für dich bin? Das ist doch so. Ich habe das erste Mal gesehen, dass ich den Angriff von dem Angriff von der Angriff. Der Angriff von Angriff ist, der Angriff in den Angriffen der Angriffen im Spiel. Das kann ich so schnell an den Angriffen sein. Ich weiß wirklich, dass ich mich schon seitdem, und ich kann es nicht so schnell schreiben. Was... 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 Ich bin hier für dich, dass du hier im Grunde genommen hast. Ich bin hier im Grunde genommen. Wenn du nicht zu tun hast, dann sagst du jemanden. Das ist gar nicht so. Ich weiß noch nicht, dass du nicht mit dem Verlangen hast. Ich weiß nicht, dass du einen Verlangen hast. Dann soll ich es tun. Wie soll ich das? Oh, das Alter haben wir ja noch gekriegt, stimmt. Was, die Magi-Killtime? Was ist denn das jetzt wieder? Also, Magi-Killtime. Auf den Streckerknopf zu drücken und den Sträfling zu töten. Der Sträfling ist die Frage des Verstreckers richtig zu beantworten. Vier Kreuz verhören. Okay, also richtige Antwort. Der Wunsch zu töten zeigt dir, wie nah der Verstrecker dran ist, dich zu töten. Der Wunsch zu töten zeigt auch, wenn du eine richtige Antwort wählst. Im Ende sollte man mit 99% überleben, okay. Ja. Ja. Was ist mit dem wahren Töter? Wie macht den Hosen? Wie macht den Hosen? Wie wird der Hosen? Wie ist es nur Sonst, der Hosen ist nur sich? Ich sah das Video, bevor ich in die Attraction herausgekommen habe. Was tut mir das? Weil ich selbst ein Barschner an mich bekomme, muss ich wissen. Wenn ich es so ein Barschner, dann muss ich das nicht tun. Ich kann auch sagen, dass ich das nicht so weiß. Ich kann nicht sagen, dass ich ein Barschner oder ein Barschner nicht so verabschiede. Ich glaube, aber wenn ich so weiß, dass ich einen Barschner zu sehen, dann kann ich alles очselechen. Ich meine, ich habe nicht gemacht. Ich glaube, dass ich das nicht so machen kann. Dann werde ich in deinem心. Mirosan, das war sehr gut. Aber jetzt ist es gut. Wenn ich mich nicht mehr überrasch, 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 kann ich mich nicht mehr überrasch, wenn ich mich nicht überrasch, wenn ich mich nicht mehr überrasch, wenn ich mich nicht mehr überrasch. Nummer 2. Glücklicherweise, natürlich, kalt lassen sie mich zumindest nicht. Naja, die Frage ist, ist das jetzt suggestiv gestellt? Nagen deine Taten etwa nicht an deinem Gewissen? Wenn ich jetzt Nein sage, dann negiere ich nicht die Taten damit, sondern dass es an meinem Gewissen nagt. Möglicherweise nagen die Taten an meinem Gewissen. Natürlich tun sie das. Halt lassen tun sie mich nicht. Nein, das ist nichts. Nein, das ist nichts. Nein, das ist nichts. Nein, das ist nichts. Es ist nichts. Es ist nichts. Es ist nichts. Es ist eine Frage, die ich nicht tun habe. Es ist nichts. Ich hätte auch gerne Beweise. Aber ich habe ja einen Beweis. Schwierig. Das ist ja alles auf Indizien auf mich gestützt. Komm, ich mache mal drei. Ich würde mich nicht. Ich würde mich nicht. Ich möchte mich nicht. Ich möchte mich nicht an Bedeutungen. Wenn du nach der Strecke schauztest, mich UN zachhören, dal Dienst zu fählen hast, mich selbst verabsch Responsung hat. Ich wollte mich auch wissen. Ich hätte mir, wie du auf den Bedeutungen bekommst. Hmm... Ich werde nicht gestehen. Nö, fuck this shit. Oh, klärt. Okay. Wenn du es nicht verletzt, dann kann ich mich nicht verletzen. Ich weiß nicht, ob Du es nicht verletzt. Aber ich habe nur die Verletzung, wenn ich mich nicht verletzen kann. Wenn du es nicht verletzt, dann weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob ich das Bedeutung nicht verstehe. Ich habe mich als犯er, aber ich habe keine Beleutung. Wenn ich nur ein Bedeutung nicht verstehe, dann muss ich das Bedeutung nicht sofort schlafen. Ich habe noch keine Probleme, dass ich das nicht verstehe. Ich habe noch eine Chance. Ich glaube, dass ich mir nicht tun kann, dass ich das Bedeutung nicht mache. Okay, also gerade nochmal von der Schippe gesprungen. Ich glaube, es ist eine große Herausforderung von der Schippe gesprungen. Nein, nein, nein. Ah, Lina? Oh, das stimmt. Lina-San, die die Familie zerstört. Die Trauma ist okay? Ich bin sicher. 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 Aber ich bin sicher, dass ich das Leben, die mir das Gefühl haben, der mich an der Situation, hat mich überrascht. Das ist ein starker Mann. Gut, also nochmal drei Räume. Gäste? Sägezäkönä... Jäkönä... Sägelä... Tämä... Ne, mitä? Kaikki on juuri... Mitä teletä kylen... Se ei olelaan siellä ja kantaa. Es gibt auch die Tür. Es ist sehr濃. Ich habe mich sehr interessiert. Ich kann mich nicht mehr hier sein. Wir gehen noch mal weiter. Es ist auch sehr濃. Es ist aber auch nicht so. Es ist eine kleine Wohnung. Es ist ein paar Familien. Es ist 5? Es gibt nur 5 Personen. Es gibt viele Sachen für Kinder. Hmm... Es gibt ein kleines Schauch. Wahrscheinlich... Es gibt etwas in diesem Raum. Es ist ein Schrauch. Aber es gibt keine Kugeln. Ich kann es nicht sehen. Bitte sehen Sie. Rina, hat sich die Körper zurückgekehrt. Das ist alles gut. Bitte sehen Sie hier. Was ist das? Diese Nankin-Jau hat keine Kugel. Wie soll ich es mit dem Kugel öffnen? Ich glaube, es ist nicht möglich. Ich werde es nicht mit einem anderen Weg verletzen. Ich habe die Box jetzt erstmal mitgenommen. Ich habe die Boxen mitgenommen. Ich habe die Boxen mitgenommen. Ich habe die Boxen mitgenommen. Was ist das? Ich habe die Karte geöffnet. Aber ich habe die Boxen mitgenommen. Ich habe die Boxen mitgenommen. Ich habe die Boxen mitgenommen. Das ist die Boxen mitgenommen. Ich weiß nicht, dass ich mich nicht mehr verletzt habe. Was bedeutet das? Ich habe die Boxen mitgenommen. Ich habe die Boxen mitgenommen. Da stand da gerade Wachsmalstift. Wachsmalstiftbox, in der ein Stift fehlt. Ich glaube da hat jemand die falsche Überschrift. Das passt nicht genau rein in die Lücke. Egal. Ich habe die Pferde mitgenommen. Ich habe in der Regel dort einen Reinstall. Ich habe die Boxen mitgenommen. Ich habe meine Maske und die Karte nicht gewinnen. Es ist zu furchtbar. Das ist das, was ich? Es ist ein Nummer-Lock. Das ist das, was ich nicht. Es steht da, was es. Was ist das, was das? Das ist ein Teil der Nummer-Lock. Was ist das, was ich? Dreieck, Vier-Eck, Kreis, Kreis. Sechs ist Dreieck. Zwei ist Vier-Eck. Kreis ist eins. Ist das die Anzahl der Ecken oder der Seiten? Nee, wie kommen wir denn bei einem Dreieck auf sechs? Sagen, beides Vier-Eck wäre zwei. Kreis wäre eine Eins. Oh, eine Neun. Moment. Sechs, zwei, eins, eins, zwei, neun. Habe ich mal. Ich probier's mal. Also, sechs, zwei, eins, eins, zwei, neun. Sechs. Sechs. Oh. Nice, nice. Ha! Was war's mal gut Ich bin. Ich bin mir gefangen. Oh, ich bin mir in die Haute-Eck. Oh, ich bin mir in die Zeit. Oh, ich bin mir. Wenn man sieht, kann man sehen, dass man auf dem Teeble ist, gibt es eine kleine Bühne zu sehen. Wenn man von der anderen Seite sieht, gibt es sehr wenigstens. Wahrscheinlich ist es, dass man einen Mann hat, oder was man zu sehen. Oh, da steht etwas auf dem Fenster. Was ist das? Entschuldigung, ich schreibe es schnell in diese Wohnung. Es tut mir leid. Da sind die Zimmernummern. Sonst ist hier nichts, no? Sonst ist da nix! Ich habe das Gefühl, dass ich hier bin. Ich habe das Gefühl, dass ich hier nicht rausgekommen bin. Ich habe das Gefühl, dass ich hier nicht rausgekommen bin. Was ist das? Ich habe die Karte gemacht. Ich habe auch nicht verstanden, aber ich habe es nicht verstanden. Ich habe die Karte geöffnet. Ich glaube, ich habe es. Oder auch nicht. 101, ich dachte, wir müssen die Zimmernummern addieren. 1 plus 0 plus 1 sind 2, 2, 3, aber es steht hier 3, 4, dort anstatt 2, 3 unten. Okay, daran hätte ich nicht gedacht. Ich glaube, ich glaube, ich habe es. Das ist okay. Ist mein Zettel hier irgendwo noch da? Komm her, Zettel! Ach, so. Also. 1,03 erwartet Nachwuchs. 1,03, das heißt 3 Leute. 2,01 erwartet doppelt Nachwuchs. Das heißt 4. 3,02 ist leer. Das heißt 4 Leute. Das heißt 4 Leute. Das heißt 5 Leute. Das heißt 5 Leute. Äh? 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 1,03. Das sind die Sachen, die wir hier erkennen können. Ja, come on, dude. Also, japanisch gar nicht. Oh, wir haben nochmal den hier. Ja, wie soll ich denn jetzt die anderen daraus ermitteln? Ich habe noch ein paar Zahlen verstanden. Ich habe noch nicht vorhanden, aber keine Kuhlern von Kuhlern zu sehen. Ich habe nur das Zeichen über dieses Zeichen gesehen. Das ist alles klar, wenn man einen Schiff aus dem Plan ist. Das ist alles klar. Und das ist die魔法-dőle. Oh, das ist das Geist. Das sind so ein paar komische Logik-Geschichten. Aber okay, also alles auf 6. 7, 6, minus 3, 2, minus 3, das heißt hier oben eine 5. Das heißt, wir brauchen die Diagonale jetzt erstmal. 5 und minus 3, das heißt wir brauchen eine 2. Ne, hier eine 5. Dann brauchen wir hier eine 2. Das heißt, hier sind wir auch bei 6. Hier oben brauchen wir eine 0. Erst wechseln. Hier oben brauchen wir eine 0. Das heißt, da oben rechts brauchen wir eine 1. Dann sind wir hier bei 6. Dann sind wir hier bei 6. Wir sind hier bei 6. 2 plus 2 brauchen wir eigentlich mit 4. Oh, aber passt das? 1 minus 1, 2 minus, achso, boine 6. Sorry, hier Quatsch, minus 2. Aber diesen, diesen Logik-Sprung zu machen. Und dann haben wir alle geöffnet. Danke. Wir haben wieder etwas geschlafen. Das ist... Das ist... Das ist... Das ist... Zustand des Verdächtigen Sengoku Shunjo zum Zeitpunkt seiner Festnahme Der Verdächtige wurde schlafend auf dem Fahrersitz seines Lieferwagens aufgefunden. Als der Verdächtige von den anwesenden Polizisten geweckt wurde, befand er sich in einer Art Trance-Zustand. Es wirkte beinahe so, als ob er unter Drogeneinfluss stand. Habt ihr das nicht gecheckt? Der Verdächtige gab an, eine Dose Saft von dem Bewohner in Zimmer 302 bekommen zu haben und schläfrig geworden zu sein, nachdem er den Inhalt dieser getrunken hatte. Ah, da war Sengoku, war der Lieferboy in dem Rätsel davor, ne? Zimmer 302, das Wohnblock steht allerdings momentan leer. Weder in der Wohnung noch beim zuständigen Paketdienst konnten Nachweise zur besagten Lieferung gefunden werden. Auch die Dose, von der der Verdächtige gesprochen hatte, konnte nirgends aufgewonnen werden. In Zimmer 302 wurden keine Todesfälle verzeichnet. Die Dose, von der Dose, von der Dose, von der Dose und der Dose hatte, Nein, wir müssen jetzt den Attraktionen aufbauen. Die 302-Jufe des MDRs sind 0. Deswegen sind wir hier auch 0. Hallo! Binko ist es! Binko? Wie ist es? Was haben wir zwei? Wollt ihr euch nicht? Hahaha Ihr habt ihr habt, dass wir die Firehouse verletzen haben! Danke! Wenn ihr die Tür öffnet, bitte gehen Sie bitte. Ich bin hier und befreundet. Ich freue mich, und freue mich! Robo ist weg. Ich habe es gut. Ich werde es weg. Das war's für mich. Oh, 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 oh! Ich habe die Attraction gemacht! Es gab viele Dinge, aber ich habe die Unterstützung für Lina. Ich habe mich nicht sehr gefühlt. Das stimmt. Ich glaube, dass ich diese Attraction ist, Ich bin der Grund, dass ich das erste Mal bin. Lena, ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier, dass ich in dieser room nicht verletze. Ich habe das Schmuck. Ich habe das Schmuck im dritten. Ich bin ein Ereverator. Ich glaube, dass ich das nicht verstanden habe. ... Ich bin ein bisschen, was ich sagen würde? Ach so. Ich bin ein großer Verletzungsgerät von 21 Menschen. Die 21 Menschen sind, dass ich gerade ein Puzzle habe. Ich denke, dass ich mich für einen Verletzungsgerät habe. Ja, holen Sie. Das hat man sehr gut gedacht. Man kann es um das Weltkmaandische Belebnis aus Okay? Er hat sich nur so gewohlen, was ich, mit dem Menschen zu erkennen hat. Wenn Sie nicht so sagen, ich kann das nicht organisieren. Man kann das nicht sagen. Ich verstehe, dass du sie als Kind und ihr heute noch nicht so schlimm war. Bis zum nächsten Mal, bis hierher gehen... Minna, ich werde mich definitiv an den neuen Verletzungen finden! Ich will nicht persönlich wissen, was du zu erzählen? Ich will, um zu wenig zu gehen. Ich will nicht wissen, was du, was du zu tun? Nun, ich bin ein Verletzungen, sobald du dich, als du zu retten. Entschuldigung. Ich werde mich selbst überraschieren. Ich habe mich auf den Elevator geführt, aber ich kann mich nicht sagen. Ich kann mich nicht sagen, was ich? Es ist ein Problem. Aber es ist... Was ist das, diese Yurukil-Land? Ich bin nur von mir. Ich bin auch von Rina. Ich bin auch von mir. Ja, und jetzt ist die Gerichtsverhandlung. Und jetzt ist der Trial Ground. Und jetzt ist es ein Weg, aber ich kann es nicht sehen, dass ich es nicht sehen, dass ich es nicht sehen kann. Lina-San, wenn ich mich nicht verletze, bitte. Aber wenn ich mich nicht verletze, wenn ich mich nicht verletze, würde ich es nicht verletze. Oh, ich habe noch ein Licht. Ich habe einen Weg gebracht. Wo ist dieser Weg? Ich werde jetzt nicht mehr vorgehen. Es gibt auch keine Worte. Wenn es nur eine Attraktion ist, dann muss man sich das Problem beurteilen. Verletzter... 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 Ich will, was ich will? Ich will... Ich will... Ich will... Es ist nicht so spannend und fantastisch, was ich? Ich will... Ich will... Ich will... Entschuldigung... Sie... 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 wissen Sie... Was... Es wird das disciplining... Herzlichen privateer Wundernという мест hanging... Sie... Das ist etwas... Es ist einfach... dass ich michllachen... Es ist sicherlich... sobald da... Ja... wurde... Fast gleich machen... bl Happy une쳐leneina... Und die Lok... Es war laughter würde, Er... Das ist nicht so, dass es nicht möglich ist. Das heißt, wir haben noch den Yurukil-Games noch nicht geschlossen. Was? Das ist hier, die Yurukil-Judgment. Yurukil-Judgment? Was ist das? Ich sage, hier ist es für die Yurukil-Judgment. Das ist für die Yurukil-Judgment. Das ist für das Yurukil-Judgment. Das ist für die Yurukil-Judgment. Ich habe ein Stück, der sich in den Hohen classiert. Lina-Sama, lege links. Lina-Sama, lege links. Lina-Sama, lege links. Du bist so, wie Sie sprechen. Lina-Sama! Dina-Sama ist ein sehr guter Kind. Wie kann der Herr Sengoku-Sama tun? Ich glaube, dass die Verkaufs-Geräusche nicht so wichtig ist. Ich glaube... Das ist gut. Ich habe es nicht mehr, was ich? Was ist das, was ich? Das ist eine Kuss mit dem Kuss? Ein Cockpit? Ihr seid dann auch die Kuss, das ist ein Kuss. Das ist eine Kuss, Wie soll ich das? Was ist das? Bitte, bitte, wenn es ein Kuss ist, wenn es ein Kuss nicht mehr gibt, Das ist doch nicht so... Das ist危険ig! Es ist okay, Herr Schwenkog. Es ist okay? Es ist okay, Herr Schwenkog. Ich habe mich mit dem Karten auf die Seite aufgerfen. Ich habe den Hedgepferd, bitte. Hey, Moment! ... Also, es ist ein Verständnis, also kann man es tun, was man es tun? Wenn man es nicht tun kann, ist es für einen Mann, dass man es nicht tun kann? Was ist das? Das ist das, was ich nicht tun kann. Ich kann es nicht tun, dass ich mein Leben ist, dass sie sich verleten. Ich bin der Brüste. Bitte, dass du den Hügel auf dem Hügel aufgerissen. Was ist das? Ich habe mich nicht mehr geholfen. 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 So ist die Gerichtsverhandlung jetzt ein Shoot-em-up-Level. Speed, Raid, ja, anscheinend. Okay. Okay? Das ist eine wunderschöne Idee. N-Nada, hier ist es? Was ist ein Cockpit? Was ist ein Moment, oder? Was ist es, was ich verletzt? Hahaha. Ich weiß nicht, dass ich immer in den Krieg bin. Was ist das? Brain Reality,略してBR,という仮想現実です 仮想現実? 仮想ってことは、これは現実じゃないのか? そうですよ 実際の戦国様は、あの椅子、コネクションシートに座ったままでーす でも、現実そのものとも言えるのです な、どういうことだ? BRは、脳に直接作用することで、まるで実際に見ているかのよう そして、触れているかのように知覚させる、ハイテク機器なのです ですので、ほぼ現実そのものといって差し支えないでしょう さて、本題に入りましょう このBRの中で、お二人がコックピットにいるのは ユルキルファイターという戦闘機に登場しているためです 囚人と執行人は、それぞれ別のユルキルファイターに登場されています 通信をつなぎますね リナさん ここからは、特に重要ですよ 特にリナ様は、注意してお聞きくださいな はい ファイアハウスをクリアされたお二人ですから、判断材料は十分に揃ったはず 判断材料? はい 戦国様がやったのか、やってないのかを判断するための材料です 事件のことか? 俺はやってないぞ うるさいうるさい 次に勝手に進行を邪魔したら、ゲーム中止 戦国様死亡 終わり ですよ うっ さて、確認ですが、戦国様は、今も冤罪を主張されている囚人です でも、それじゃリナ様が納得できないですよね リナ様も、殺したいほど憎い相手が 俺がやった! と認めてくれてから、殺した方が、目覚めがいいはず だから、彼がやったのか、やっていないのか、確認しましょう! 言い換えれば、彼がやっていないと信じるのか信じないのか、ですね 信じるのか、信じないのか そうです! でも、なかなか確信することは難しいでしょ? だから、我々が最後に、その機会を差し上げようというのです リナ様がこれからプレイするゲームにて選択すべきは 許すのか、殺すのか、この二択です! 許すか、殺すか… 許すか、殺すか、決心できたタイミングで宣言していただければ 即座にジャッジメントを執行して、ゲームは終了となります 簡単ですねー どのようにリナ様に許すのか、殺すのかを決めていただくかと言いますと 戦闘機に乗って、戦国様とリナ様で戦っていただきます 何? というわけで、リナ様にもゲームに挑んでいただきますよ 私、ゲームの類はやったことありませんが 大丈夫です! 見た目に見つけたら、 ドロップのコンを拾って、 いい感じに動かします これが、仮想現実のVR空間ですから… Autokorrektur hat nicht gegriffen. Sprecher und Sprecher und Sprecher und Sprecher. Ich möchte die Antworten... Moment! Ich möchte die Antworten nicht tun! Ich kann nicht tun, dass ich nicht tun kann! Das ist nur ein Verständnis. Das ist alles, was ich wissen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Wenn Sie die Zitle-Zen-Gok-Samen haben, die die Informationen zu erhalten haben, Sie können die Begrüßungen oder zerstören, oder die Begrüßungen überlegen, also können Sie das nicht nachvollziehen. Wenn Sie die Begrüßungen durch die Begrüßungen auszupassen haben, ist das alles zu verstehen? Ich glaube, dass wir die Begrüßungen des Begrüßungen haben. Ich denke, dass wir die Begrüßungen nicht auf der Begrüßungen auszupassen haben. Du hast mich nicht mit mir geblieben, was du zu überwassen und hilfst. Ich denke, dass du mich als die Familie zu lassen hast, für mich selbst zu Reden kann, dass du nicht nassen solltest. Aber ich denke, dass du nicht mit dir so einen Ruhigen bist. Ich denke, dass du nicht so einen Ruhigen zu tun hast, ich denke, dass du dich mit Ruhigen in deinem Leben schlägt, oder? Du bist hier! Du bist nicht so ein Ruhigen, Das ist ein Problem, dass ich mich nicht interessiert habe, wie ich meine Art und Weise verletzten. Das ist ein Verletzungsgericht. Das ist ein Verletzungsgericht. Wenn ich mich nicht so verletz, Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Jetzt fangen wir an! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Jetzt fangen wir an! Ich zieh durch! Oh Mann ey! Laber man nicht! Ich zieh durch! Ja, aufhören wir mal. Ja, jetzt gibt es Verbote. Ah, okay, mit dem Schiff dann wählen, alles klar. Sehr dank an Ronpa hier. Was hat der Täter benutzt? Äh, Sprengstoff. Der Bombenbomber. Was noch? Die Wohnungen sind abgebrannt. Neun. Dreimal drei. Passt das? Oder noch eins? Wahrscheinlich noch eins. Wie viele Menschen sind ums Leben gekommen? Äh, 21. Das war's doch aber jetzt, oder? Oder noch was? Noch was? Ihr Hobby ist... Fragebuch hören. Mord ist Ihr Hobby. Jetzt aber die Viper. Hau rein. 20 Leben hab ich. Oh Gott, jetzt bin ich total eingesch... Ja, gut. Ja, gut. Ich hab normal gewählt. Aufladen kann ich irgendwie noch nicht mit den Tesis. Oh, besser als Spann, das mal. Immerhin Pink Bullets, ey. Das hilft schon mal. So, jetzt werden mir Fragen gestellt zwischendurch, oder? Oh, weichen wir aus. Oh, das war knapp. Oh, was hat man erwischt? Safti hat mich erwischt. Shit. 20 Leben, ist sie das? Okay. Die Bossleiste. Das war's, was für eine Hitbox ich eigentlich hab. Das war's, was hat man erwischt. Rina-san, ich bin Das kann man noch kürzer und knackiger sagen, Leute. Oh, was jetzt? Jetzt sind wir in Raz angekommen. Soll es die Herren sein? Soll es die Herren? Soll es die Herren? Soll es die Herren? Oh, also Plastikflasche. Weil ich betäubt war? Das war ein guter Beweis dagegen. Beweise vorführen, auswählen, für jeden Fehler, wenn du machst, verlierst du drei Leben? Das ist mein Zustand, würde ich sagen, ne? Untersuchungsbericht. Okay, war richtig. Ich war doch betäubt mit der Herren. Und ich konnte nicht merken, dass mir da jemand die Flasche mit dem Plastiksprengstoff ne LKW gepackt hat. Das war der Richtige, der Verbrecher. Oh, jetzt habe ich wieder weiterballern. Das war der Richtige. Das war der Richtige. Ja, danke. Ah, was für ein Shit, ey. Na, vorsichtig. Okay, nächste Frage. Ich werde das mal weitermachen. Okay, hier bin ich noch gar nicht, ne? Bewusstsein ins Labyrinth. Das kommt dann noch. Ich will eigentlich noch mal kurz über die Steuerung im Schirm ab. Was heißt so? Oh, ist jetzt so eine Cutscene? Oder? Oder nächster Level, ne? Vielleicht hätte es auch horizontal werden können auf einmal. Ah, der Schutz hat einmal gegriffen. Okay. Was ist denn hier los? Ja, ich hab euch, ich hab euch. Aber das ist das Hintergrund noch, ne? Oh, shit, 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 shit. Shit! Uiuiui! Ahhhh! Knöpplich! Knöpplich! Auf! 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 Vorsichtig! Auf! Uff! Yikes! Okay, nächste Frage. Das ist ein bisschen. Ich weiß nicht. 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 Du hast den letzten Kommentar eingereivo- Das ist die Wahrheit. Das ist ein Verzuch, das ist ein Verzuch. Es gab einen Hed-Botel-Botel-Botel. Ich habe nicht die Verzuchung des Hed-Botels gesehen. Ich habe gesehen, einen Verlust. Was... Was ist das? Oh, bin ich vielleicht ein Lügner? Bin ich vielleicht ein Lügner? Ich habe eine ganz andere Frisur. Ich habe eine Lügner, die in der Lügner sind. Ich habe eine Lügner, die in der Lügner sind. Ich habe eine Lügner, die in der Lügner sind. Das ist so, dass ich diese Lügner sind. Oh, ist Rina der Täter? Rina ist ein Feuerteufelchen? Rina ist ein Feuerteufelchen. Rina ist ein Feuerteufelchen. Rina ist ein Feuerteufelchen. Das wäre ja mal ein Twist. Eigentlich geht es andersrum. Ich versuche sie zu überführen. 24.8. Sonnig. Ah, guck mal. Während des Feuers war es heftiger Regen. Das heißt also, dass das, 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 das beweist, das ist, das ist richtig. Es steht nämlich regnerisch drin. Aber in deinem steht sonnig. Hättest du bloß nicht das Wetter hingeschrieben? Hättest du bloß nicht über das Wetter da gesprochen? Wärst du nochmal damit davon gekommen? So habe ich dich aber erwischt. Oh, es geht weiter. Ja, gab es. Letzter Böger sieht also aus. Ich schätze, Stellenbeid. Daher ist ein feit. Und? Ich hab, es geht ab. Das sind die Wetter. Erstmal MINUTE in der Zeitpunkt, wir waren genauer, dass die Wetter wie Glocken sind. Das ist, dass es um 8月24日 wird das雨 geschehen. Aber es steht in der Nachricht des Riems des Riems. Das ist vielleicht falsch. Nein, doch noch nicht! Machst du mal mehr auf den Nachricht. Der Nachricht des Riems des Riems des Riems der Riemsen ist nicht der Nachricht. Was? Der Nachricht der Nachricht ist nachdem, aber nach dem Nachricht wird es nach dem Nachricht. Ich habe das Gefühl, dass die Pages auf dem 4-Jetigen geschrieben wurde. Es ist sicher, dass die Pages auf dem 4-Jetigen wurde. Das ist ein Verwalt, aber ich habe sicher, dass du eine Art von dem 4-Jetigen geschrieben hast. Aber das ist, dass die Pages auf dem 4-Jetigen wurde, dass die Pages auf dem 4-Jetigen wurde. Und du hast auf dem 8-Jetigen, den 8-Jetigen wurde. Das ist dein Geist, was du. Das ist das Gericht, dass die Pages auf dem 4-Jetigen wurde. Was ich sagen? Ich habe die Stadt bereits geschrieben. Ich habe die Temperatur geschahet und sie habe es geschafft. Ich habe die Temperatur schon gesagt, aber das ist das Gericht. Ich denke, dass man die Temperatur nicht so einfach daran erinnert hat. Was ich? Ich bin das für mich zu überleben, dass du einen Geist auf dem Weg hast. Das ist der Grund, das ist nicht wahr! Okay, 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 ui! Jetzt kommt die Burst-Attack, eh? Oof! Okay, das ist eine neue Schuss. Das ist eine neue Schuss. Jetzt wird es nicht mehr zu tun. Jetzt wird es nicht mehr zu tun. Das ist noch nicht genug zu tun. Jetzt wird es noch nicht mehr zu tun. Nein, was ich? Ich muss mich nicht mehr zu tun. Okay, nächster Level. Oh, jetzt brennt's. Oh, jetzt brennt's. Oh, jetzt brennt's. Oh, jetzt brennt's. Ah, jetzt wird's aber fies, ey. Ich war schon auf hundert Prozent. Oh, jetzt brennt's. Was dein Vater? Oh, jetzt brennt's. 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 How's it going? I've been suddenly calling for a sudden. I'm surprised. We're going to show you that mail! Oh, no. A mail? The mail came from the train to get you, and the one who was registered on the train. Oh, there. Es ist aber sehr bequem, dass du ausgerechnet jetzt dieses Geständnis zugesteckt bekommst. Das ist ja... 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 Ja, der hat mich erwischt. Da ist dein Vater der Schuldige. Oh, jetzt ist das, wo ich die Anleitung schon gesehen habe. Wer braucht Texturen? Was ist das hier? Ja... Ich habe noch nie gedacht, dass ich es so weit weggekommen habe. Sie sind... Sie sind... Das ist die Neuron. Wenn man hier geht, dann kann man die Rina zu sprechen? Ich habe nicht verstanden, aber es gibt nur noch eine Möglichkeit. Wenn man was, wenn man die Welt zu erzählen möchte, dann kann man diese Abwechslung nicht wegnehmen. Hey, also wir beide. Nice, Mama Vada. Was ich? Was ich? Was ich? Wenn ich mich hier verletzte, dann wird Rina sein, dass sie das immer wiederhörtert werden können. Ich werde es nicht so gut sein, aber ich werde es nicht so gut sein, dass ich mich in der Familie gehen kann. Ich kann nicht sein, dass ich mein Leben verletzeihe. Ich habe, dass ich, während ich aus meinem Leben ausleben kann, kann ich nicht auswählen werden. Aber ich werde es tun, was ich. Dann starten wir mit Kokolomeiz! Korrekt! Die Idee des wahren Täters ist... ...unbekannt. Oder? Okay, puh, ich dachte schon. So will das Risa Asami... ...hin am Leben lässt. Rina Asami. ...hin hinrichtet. Lebe, lebe, lasse! Lebe, lebe! Lebe, lebe, lebe! Rina Asami will Frieden finden, wenn... ...die von ihren Rachegefühlen befreit wird. Hier sind doch die Euro-Kill-Spiele scheißegal! Der ist schon sehr dank an Ronpa hier mit den Minigames. Rina Asami muss den Goku... ...und diese Rina Asami-Tüken... ...sie will ja, dass sie stirbt. Okay, korrekt. Ich werde das immer wieder auf den Weg zu werden. Dann... ...dessen muss ich hier sterben, in Anführungsstrichen. Was sie tun? Muss er... ...den Euro-Kill-Ring verwenden? Sich entschuldigen. Ja, wenn ich sterbe... ...sie soll den Eindruck haben, dass ich sterbe. Also benutze ich den Euro-Kill-Ring? Korrekt. Okay. Also muss ich trotzdem den Button drücken... ...damit ich sterbe. ...und nicht umbringen? Was? Witzig. Warum? Warum, warum bist du jetzt hier? Witzig! Witzig! Okay. Witzig! 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 Das geht ja noch hier. Witzig! UGRGHJBLUFUFUFUFUFUF Ja, das war nicht aufmerksam von mir. Oh, ich hab dich doch gleich. Ja, hab ich dich. Hab ich dich. Nochmal. Nochmal. Ich will das nicht zerstören. Ich will das nicht zerstören. Ah, das ist das. Rina-san. Wenn ich mich nicht überrascht habe, dann kann ich nicht sprechen. Rina-san, wenn ich mich überrascht habe, dann werde ich mich überrascht. Wenn das so ist, dann weiß ich nicht, wie es wird. Du hast mich nicht gewonnen. Die Möglichkeit ist ... ... ich sterbe. Aber ich werde sie nicht in der Hand sterben. Ich werde sie jetzt machen. Ich werde ... ... ich ... ... um dich zu sterben. Absorbiere Kugeln, bis man Speicher 100% hat. Okay. Habe ich richtig gemacht? Es ist Bosse-Zeit. Ah, ich habe keine der Secrets gefunden, naja gut. Ja? Ich habe keine Ahnung, was ich? Sie haben mich sehr interessiert, und ich habe eine sehr schöne Gesichter. Na, Rina, bitte. Ich bitte einen Schrauben. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Die Antwort ist entscheidend! Nein... I verwenden Sie nicht, Herr... Was ist das? Dieser Schaukel Sie bekommen coole Kiel-Ring-Ring-Ring-Gelt? Je solltest du denn hier sein! Das... Du hast es... Was... warst du denn? Wenn sie so weitermachen. Autokorrektur. Geht hier aus dem Yurukil-Land! Und dann, gehen wir einfach mal! Wir müssen keine Menschen wie ich, als ich. Es ist ein Englisch. Ich kann nicht sagen, dass ich das nicht verletzen kann. Das heißt, ich sage, dass du den Yurukil-Passport verlassen kannst. Ah! Ingeta! Ich werde nicht mehr zurückgehen. Ich werde nicht mehr sterben. Ich habe keine Angst, aber ich habe keine Angst, aber ich werde nur ein Mädchen und ich werde glücklich sein. Ich habe meine Familie, dass ich so gedacht habe. Ich habe keine Angst, dass du gesagt hast. Das ist auch so. Ja, genau. Geh! Acht! Ringo hat sich geholfen. Ringo hat sich geholfen. ... ... Gri Regen Juddment! Bis zum Schluss! 2 回目のやつです あの 梨菜さんにやれって命令されたやつか あなたがあそこで飲んだのは 非毒剤だったんです あれは救済措置だったんですよ ゆるきohlアトラクションの序盤ですから 1 回目の瓶で失敗して 毒を飲んでもいいようにと 純粋な二択で 生き残る可能性を 作ったの Das ist ... Ja ... Rina-Sama hat der Kletcher 2-Modeln zu haben, zu denken. Woh ... Du ... Du hast es nur ein Trink-Lieb und eine Geh-Dok-Zieb. Und ... wenn du mit dem, wenn du einen Drogen mit dem, der Kletcher 2-Modeln zu haben ... Das ist ähnlich. ... 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 Was war das? Die Verpflichtung der Verpflichtung der Verpflichtung ist... ...Nurusu. Hm? Die beiden haben die Verpflichtung all diese Attraktion geschlossen. Genau. Aber ich glaube, dass ich das Schmutzig verletzte. Ich glaube, dass ich das Schmutzig verletzte. Ich hatte schon jemanden, da war ich nicht. Es gibt keine falsche Begriffe. Ich habe noch nicht gedacht, dass ich das Schmutzig verletzte. Ich hatte noch nicht gedacht, dass ich das Schmutzig verletzte. Ich habe nicht gedacht, dass ich das Gefühl habe. Aber ich wollte mich nicht mehr für mich, dass ich mich nicht mehr verletzten. Ich dachte, dass ich mich nicht mehr verletzten. Ich dachte, dass ich mich nicht mehr überraschte. Ich möchte mich nicht mehr überraschern. Wenn ich mich nicht mehr überraschte, Ich bin sicher, dass ich mich nicht klar, wer es will, um mich zu schrauben. Die Verkaufgabe ist, dass ich auf den Gürgül-Land gewinnen kann, wenn ich ein Wunschwunsch will, einem Wunschwunsch will. Aber ich habe keine Wunschwunsch. Ich habe hier gewonnen, dass ich das Gefühl habe, dass ich das Verhalten habe. Wenn ich das Spiel habe, dann kann ich die Wahrheit sehen, dass ich die Wahrheit nicht sehen kann. Ich habe das Gefühl, dass ich das Leben auf dem Spiel habe. Ich habe das Gefühl, dass ich das Leben auf dem Spiel habe. Wenn du jemanden bist, dann muss ich den Menschen nicht mehr erledigen. Für mich. Für mich. Ich kann nicht nur die beiden. Wenn du auch einen Verletzten zu finden, dann muss ich mit uns arbeiten. Ich bin derjenige, es ist ein Partner. Ich bin der Mann. Gute! Ich bin der Angst. Ich bin der Schlechstift. Also Rhinus und Sengokus Einträge wurden aktualisiert. Ein bisschen forciert irgendwie der... Also der Wandel dafür hier, dass wir keine konkreten Beweise haben. Was ist das hier? Es ist warm! Es ist ein Tag, Herr Herr. Das ist mir nicht so, dass ich mich nicht so fühlen. Es gibt eine Tür. Los geht's, Herr Herr Herr. Ja, Herr Herr Herr. Nein, es geht nicht. Sie sind verletzendet? Bitte warten Sie, zwei beiden. Du bist als Binko, oder? Sie sind in der Zeit gekommen. Gehen Sie bitte nicht, Herr. Ich bin der Anrundin. Erstens, bitte erzählen Sie mir. Gut, sprechen Sie! Wissen Sie sind selbst. Aber die Bicke ist ein Problem. Ich habe noch eine wichtige Frage. Was ist das? Was ist das? Nein, das ist das. Das ist das. Was ist das? WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Es gibt keine Ahnung! Aber was haben Sie noch etwas Probleme? Dann ist es Plusch! Ja? Für den Mann, die Ertragschung für den Mann, keine Ahnung! Du hast du Geld! Und das ist viel Zeit, und es ist viel Zeit! Es ist viel Zeit, und es ist viel Zeit! Vielleicht wird es später noch größer Zeit, oder? Nein, aber ich glaube nicht. Aber ich glaube, dass Sie das für Sie, Wie willst du das? Hör mal. Wenn du für mich ein paar Worte brauchst, ist es auch der Unterschiede? Du hast ihn nicht so gut gemacht, wenn du es um die Worte tun, dann kannst du es umsonst, wasst es? Ich habe es gut gemacht. Gut, ich bin nicht so gut. Ich habe ihn mit anderen Pärchen und Probieren und die nächsten Arten verletzeln. Es gibt ein paar Mal auf den Pärchen und den Schrauben gewin. Damit ist noch sie nicht in dieser Abtlagerung. Ich werde ihn mit 철 hübsitspaten, so machin mit dem τις Eil�. Dann werde ich es mit diesem Geisha. Okay, was auch immer das bedeuten mag. Jetzt ist der Trailer französisch. Also ich schätze, das ist das Ende der Demo. 4 Stunden. Sehr umfangreich, wohl das komplette erste Kapitel. Eigentlich habe ich schon Bock, das weiter zu spielen. Also dieser Mix ist wirklich schon sehr ungewöhnlich und es macht auch schon irgendwie Spaß mit den Shoot-em-Up-Sequenzen. Es ist schon arg langatmig, sehr langatmig. Also gerade jetzt mit so wie wie aus der Nase ziehen müssen der Informationen und nochmal wiederholen den Text. Also da ich jetzt hier eine Aufzeichnung gemacht habe, habe ich natürlich die ganze Sprachausgabe ausspielen lassen. Das würde ich, wenn ich normal spiele, in Anführungsstrichen, ich lese ja viel schneller, als das jetzt alles vorgelesen wird. Also wäre ich wahrscheinlich, weiß ich, eine Stunde schneller hier durchgekommen mindestens als das. Ähm, aber es ist schon sehr geschmacksabhängig. Sehen wir 8.7. European Release, also 8. Juli. 5. Juli und 8. Juli auch Ozeanien. Kann ich hier einmal speichern? Oder hat sie das automatisch gemacht? Mal kurz gucken. Ansonsten, ah ja, das nehmen wir einmal mit, weil wir wollen ja die Demo-Daten hier haben. Also knapp über vier Stunden. Da kann ich von hier aus weiterspielen. Immerhin, weil nochmal von vorne sehe ich jetzt nicht so den Bock. Ähm, den Rest der Story kannst du in der Vollversion erleben. Können wir mal gucken, was alleine der Preis ist. Inhalt nicht gefunden, ne? Das fängt schon mal gut an. Sonst hätte ich mal geguckt, ist das jetzt Vollpreis? Äh, 70, 80 Euro? Oder was wollt ihr dafür haben? Also 80 Euro wäre ja schon krass dafür. Äh, Leute, ja. Schreibt gerne in die Comments rein, was ihr so davon dachtet. Also, wie gesagt, ich habe schon irgendwie Bock drauf. Es ist aber wirklich eine echt komische Mischung. Und bisher, so von den Rätseln und alles so drum und dran, war okay. Aber da hätte auch mehr sein können. Ähm, wenn ich weiterspielen sollte. Also, dem Datum nach werde ich es ja eh nach, äh, I, das Somnium Philes 2 angehen können. Nirvana Initiative, glaube ich, heißt der zweite Teil da. Äh, ob ich da noch in Stimmung und, äh, genug, ähm, geistig, äh, vorbereitet bin, ne? Mit genügend Energie ausgestattet, um da noch mehr solche Rätsel dann zu machen, weiß ich nicht. Na, aber, ähm, ausgeschlossen ist es nicht. Ansonsten schaut euch gerne die Demo selber an. PS5-Version war das hier. Ansonsten auch auf PS4 drauf und auf der Switch. Und schreibt gerne, was ihr dazu denkt. Äh, und, äh, ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Denkt gerne dran. Unterstützt mich gerne auf Patreon.com.com. Wenn ihr gerne solchen Content und viel verschiedene andere Sachen hier auf dem Kanal sehen wollt. Wenn ihr es schon macht, sage ich danke und, äh, bis dann sind. Ciao, ciao. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020